Ja, was hat uns zum Kino gebracht? Außer vielleicht den öffentlichen Verkehrsmitteln. Warum sind wir so fasziniert vom Bewegtbild? Warum lieben wir Filme und Serien über alles? Das und noch mehr wollen wir heute in einer kleinen, lauschigen Spezialrunde ergründen. Viel Spaß beim Kino Plus Bonbon. Kino Plus wird präsentiert von Epson. Kino Plus Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe von Kino Plus. Zur wahrscheinlich persönlichsten Ausgabe aller Zeiten, die wir hier jemals abgefilmt haben. Geht's? Ja. Zur Erklärung. Wir haben uns heute hier versammelt, weil wir eigentlich ein Spezial zum Thema New Hollywood aufzeichnen wollten. Leider hat es einen von unseren Mitrednern oder beziehungsweise den Initialzünder für dieses Spezial, den hat's da niedergerafft. Unser Kollege Memo ist leider krank und er konnte heute nicht kommen. Jetzt ist es so, Memo kommt aus Mainz und ein weiterer Herr, den wir hier gerne oft und häufig begrüßen, Wolfgang, kommt aus Koblenz oder aus dem Raum Koblenz, sagen wir's mal so. Und ich saß schon im Zug. Und er saß schon im Zug und jetzt war halt so ein bisschen ... Hatte den 70er-Jahre-Anzug schon angezogen. Er hatte den 70er-Jahre-Anzug schon angezogen. Ne? Das war stark. Und wir sind eigentlich auch alle hier nach Hamburg eingetrudelt aufgrund einer anderen Geschichte, einer anderen Produktion, die wir auch noch irgendwie am nächsten Tag hätten aufzeichnen wollen. Das hat sich alles jetzt zerschlagen. Und deswegen haben wir gedacht, bevor Wolfgang jetzt wirklich ganz umsonst nach Hamburg gefahren ist und nur die Irishman hier im Savoy-Kino guckt ... Vielleicht noch eine Runde in der Alster drehen oder so. Aber das wäre aufopferungsvoll, wenn Irishman nur im Savoy in Hamburg liefe, von Koblenz in Hamburg nur für diesen Film nach Hamburg zu fahren. Das nennt man Hingabe. Den wahren Seniorsten erkennt man an der Bahncard 50, ne? Ja. Ja. Und weil das halt alles dann nicht so ganz wirklich hingehauen hat und wir gesagt haben, ey, ohne Memo wollen wir es dann auch tatsächlich nicht so wirklich machen, haben wir beschlossen, ein Thema oder beziehungsweise eine Gesprächsrunde ins Leben zu rufen, die Antje mal angeregt hat. Genau, das war mal, als es auf der Kippe stand, dass Filmfights nicht stattfindet, später stattfindet. Da war ganz viel vor ein paar Wochen und Monaten irgendwie mal so in der Schwebe. Und da hatte ich einfach so angeregt, wenn wir eh sowieso gerade alle hier sind, das war glaube ich auch in dieser Konstellation, dann lass uns doch einfach irgendwas aufzeichnen, zum Beispiel wir könnten über unsere privaten Kino-Geschichten und wie wir zum Kino gekommen sind und so weiter reden. Das hat sich Wolfgang gemerkt und deshalb hat er das vorgeschlagen, heute dann eben zu machen. Und das kam allgemein ganz gut an. Ja. Und deswegen wollen wir heute einfach mal einen lockeren Applaus starten. Geht es um Kino oder geht es um Film? Ich glaube, es geht um beides. Ich glaube, das voneinander zu trennen wird schon schwer sein. Ja gut, weil ja schon, also bei mir, in meinem Fall, das schon so ist, dass Film was my first love, würde ich sagen. Und Kino kam dann erst eigentlich so dieses Kino-Ding kam eigentlich erst ab einem Alter, wo man dann auch alleine ins Kino gehen durfte, fing das erst so an, weil das so das erste Event war, was man als Kind einigermaßen selbst initiieren konnte. Du bist ja noch nicht irgendwo auf Partys oder Discos oder so gegangen, aber wenn du deinen Eltern gesagt hast, ich geh ins Kino mit einem Freund, das durftest du dann, bist du wirklich mit deinem Kumpel alleine, hast Geld an der Kasse, das hat einen Eventcharakter. Und das kam aber erst später, die Leidenschaft für Filme kam schon halt früher. Aber kamen die direkt mit Filmen oder, weil, das muss man ja auch so sagen, ich weiß jetzt nicht, inwiefern eure Eltern euch an das Medium rangeführt haben oder was sie euch früher alles erlaubt haben. Aber wenn ich jetzt so mal im wirklich alten Gedächtnis von mir krame, dann muss ich sagen, sind so die ersten Bilder, die mir im Kopf vorschweben, sind tatsächlich so Zeichentrickserien auch, ja, also so wirklich sowas wie Captain Future oder Biene Maja und so Sachen. Und ich wüsste jetzt nicht, ob ich einen Film davor wirklich schon gesehen habe, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, also gut, ich war glaub nicht das erste, was ich gesehen habe, war wahrscheinlich nicht direkt ein zweistündiger Film oder so. Ja, klar fing das bei mir mit Serien an, die dann irgendwie im Vorabendprogramm oder Sesamstraße oder irgendwie so, also das Medium, Fernsehen war natürlich, war schon vorher da. Ich erinnere mich, dass ich viel Tom und Jerry geguckt habe tatsächlich, das war als Kind, ich weiß, wenn man sich das heute anguckt, denkt man sich so, wow, das ist ja ... Hart. Ganz schön hart, ja. Aber Tom und Jerry war ein Thema, Ciao Marco, ich weiß nicht, ob das noch jemand kenne. Oh, Ciao Marco, super. Ciao, Ciao Marco. Kenn ich gar nicht. Ich auch nicht. Und das ist eine wirklich todtraurige Anime-Serie über einen kleinen italienischen Jungen, der alleine, wirklich alleine von Italien nach Argentinien reist, um seine Mutter zu finden, die dorthin ausgewandert ist. Ach, das, was gab's noch hier mit dem Koala-Bären, Tau-Tau, kennt ihr das noch? Das war der Panda-Bär, oder? Der Panda-Bär, Koala-Bär, Panda-Bär, ja. Also so Kinder-Serien hab ich natürlich geguckt, was es halt damals gab, Spaß am Dienstag, Western von gestern, weiß ich, ob das ... Danger Mouse, Fury. Aber dann kam schon dadurch, dass meine ... Wir haben das ja auch schon mal, glaub ich, in unserem Videothekenkultur Almost Daily gesprochen. Meine Eltern sind geschieden. Und wenn ich bei meinem Vater war, war das feste Ritual, an jedem Wochenende in die Videothek zu gehen und dann ein oder zwei Filme auszuleihen. Und das Ritual bestand darin, auch wirklich locker eine Stunde in dieser Videothek sich die Cover anzugucken, durchzulesen. Und ich konnte mir dann ein oder zwei, wenn's gut lief, konnte ich dann sagen, den will ich. Also voraussend, es war jetzt nicht irgendwas Alters ... Man musste immer auf die Farben achten, die ohne kleinen Aufklebern auf dem Videocover drauf waren. Und das waren so die Magic Moments, die ich bis heute ... Also ich hab teilweise noch den Geruch dieser Videotheken. Und irgendwann war's dann mal so, dass dann die Videotheken plötzlich ab 18 waren und ich draußen stehen musste, wie so ein Hund. Und mein Vater dann immer mit den Videocovern an die Tür kam, das gezeigt hat, willst du den? Und ich dann an der Tür stand. Und dann musste er wieder rein. Und da fing das so an, dass dieser ganze Filmvirus ... Weil mein Vater hat dann zum Beispiel am Wochenende lange geschlafen, bis elf oder so. Und ich bin um sieben wach geworden, bin dann an seinem Bett und hab gesagt, Papa, darf ich was gucken? Und er ... So. Und dann bin ich an den Videorekorder und hab da dann ... Der hatte halt ein paar VHS-Tapes mit irgendwelchen Filmen. Und da war dann halt Zurück in die Zukunft und Star Wars. Und da, ich glaub, in der Zeit hab ich, glaub ich, 30 Mal Zurück in die Zukunft 1 geguckt. Weil das halt ... Das ist so ein Zeit ... Weil ich den fast jedes Wochenende geguckt hab. Und immer wieder drauf gefreut hab. Ich kann mir das gar nicht erklären, wie man so oft dann heutzutage noch einen Film guckt. Aber damals war das jedes Mal rein und wieder drauf gefreut. Und wir hatten ja nix. Wir hatten ja nix, ja. Und so fing das dann, glaub ich, bei mir an einfach. Und das war halt die komplette ... Ähm ... Ja, Verein ... Also, das war natürlich Anfang, Mitte der 80er. Ich bin 78 geboren. Also, ich war quasi als das rübergeschwapptes Coca-Cola. Dann in Frankfurt, wo noch ... Frankfurt war ja stark besetzt von den Amerikanern. Wir hatten eine PX. Mein Vater hat in eine PX eingekauft, in so einem amerikanischen Kaufhaus sozusagen. Es gab amerikanische Videotheken in Frankfurt ohne Ende für die ganzen stationierten GIs. Wo du aber auch als Deutscher zum Beispiel dir einen Ausweis machen konntest. Und dann lief im Kino, lief, weiß ich nicht, Rambo. Und in der Videothek gab's Rambo. Ja, also, das war schon ... Und, 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 ähm ... Ich wurde sehr stark, hab ich auch schon häufiger erzählt, sehr stark amerikanisiert. Das ist alles rübergeschwappt. Coca-Cola, Skateboards, BMX-Räder in den ganzen 80s-Filmen, diese ganzen Amblin-Filme, BMX-Räder, Jungs auf Skateboards, ähm ... Star Wars, Nintendo und so weiter. Also, das ist alles so mit diesem neuen Kapitalismus rüber nach Amerika gekommen. Und, ähm ... Hat mich als Kind halt komplett umgehauen. Und, ähm, bis heute natürlich beeinflusst. Deshalb hab ich auch so eine Liebe für diese ... Für die 80s-Filme und so. Und hat mich, glaub ich ... Also, das ist so mein ... So hat mich der Virus gepackt. Wie war's bei dir? Ganz anders. Also, bei einigen Kleinigkeiten geh ich mit. Also, ich hab, ähm ... Auch, was, glaub ich, jedes Kind macht, mit Kinderserien im Fernsehen angefangen. Ich bin aber keiner von denen oder keine von denen. Ich hab nie Animes geguckt. Ich hab einfach dieses Typische, was ich sehr oft höre, auch gerade von Leuten in meinem Alter, dieses ... Man kam nach der Schule nach Hause und hat dann das ... Was war's? Das Vormittagsprogramm von RTL 2, glaub ich. Das sagen immer viele, wenn die das dann ... Das war bei uns Tele 5. Oder so. Genau, das hab ich alles nicht gemacht. Bei mir war tatsächlich, ich erinnere mich noch, es gab jeden Tag um 18 Uhr lief immer irgendwas im NDR. Das war, glaub ich ... Jetzt kommt's mir alles wieder. Von Montags bis Mittwoch war das Sesamstraße. Dann lief Donnerstags die Sendung mit der Maus. Und Freitags lief Captain Blaubeer. Ich glaub, das war so dieser Reihenfolge. Das war so das aller, aller, allererste. Was bist du für ein Jahrgang? 91. Boah. Na gut. Das ist natürlich eine ganz andere Kindheit. Und dann kamen als erste Filme tatsächlich Disney-Zeichentrickfilme. Also, König der Löwen war eine von den meistgeguckten Videokassetten. Dornröschen. Wir hatten so einen ganzen Stapel an Sachen. Und was aber natürlich am reizvollsten war, waren die Sachen, die wir nicht hatten. Das heißt, immer wenn ich irgendwie bei Freunden war, dann war die erste Frage, welche Disney-Filme habt ihr? Dann haben wir nämlich die, oder hab ich mit denen die Filme geguckt, die ich zu Hause nicht hatte. Und dann muss ich aber tatsächlich sagen, dann kommt tatsächlich eine ganze Weile gar nichts. Ich hatte in jungen Jahren nicht das, was ihr habt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so dieses Problem. Ich bin so gesehen nicht mit Filmen aufgewachsen, sondern ich hab mir meine Faszination für Filme tatsächlich erst mit 19 oder 20. Da kamen die bei mir erst. Weil klar, auch in der Schulzeit, dann später auf dem Gymnasium, da hatte ich zwei Freundinnen. Und mit beiden hatte ich so meine zwei, drei Filme. Die haben wir immer geguckt. Bei der einen war es vorwiegend Michael Bulli-Herbig. Und bei der anderen war es vorwiegend The Sixth Sense und 30 über Nacht. Also wir hatten unsere Filme. Und die haben wir immer geguckt. Party Animals war auch noch dabei. Und wie gesagt, dann kam tatsächlich eine ganze Weile gar nichts. Auch Kino, wenn überhaupt, vielleicht einmal im Jahr. Ich weiß, einer meiner ersten Filme, die ich im Kino gesehen hab, war meine Braut, ihr Vater und ich. Aber ansonsten war ich tatsächlich überhaupt keine Kinogäherin. Also war Kino wirklich was extrem Besonderes. Und dann kam aber irgendwann die Phase, wie gesagt, da war ich 19 oder 20. Und da hatte ich ein Jahr, wo ich komplett zu Hause war, weil ich sehr krank war. Und um mir nicht die Decke auf den Kopf fallen zu lassen, hab ich tatsächlich da angefangen, Filme zu gucken. Und das ist auch sehr, sehr eng verzahnt mit meinem Schreiben. Weil ich wollte nicht nur Filme gucken. Ich hab irgendwie auch dann beim zigfachsten im Internet surfen erkannt, okay, es gibt Leute, die gucken Filme nicht nur, sondern die schreiben auch drüber. Und das fand ich irgendwie total faszinierend. Und dann hab ich mir immer die neuesten, die neuesten Filme, die gerade erschienen sind, die hab ich mir immer gekauft, hab sie mir angeguckt und angefangen, darüber zu schreiben. Und deshalb sind so gesehen die Filme, die mich am ehesten, oder mit denen ich diesen, ich sag mal, Werdegang als Film, als Film-Enthusiast in Verbindung bringe, komischerweise Black Swan und Midnight in Paris. Weil das die Filme waren, die zu dem Zeitpunkt gerade ganz neu rauskamen, die ich mir angeguckt hab und angefangen hab, okay, zu sehen, das ist, da fängt ja diese ganze Bandbreite von Filmen erst an. Und dann hab ich überhaupt erst so richtig angefangen, Filme zu gucken. Und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb ich zum Beispiel sehr viele Klassiker nicht gesehen hab, weil ich keine Eltern habe, die total Film-Fanat sind. Mein Vater ist riesengroßer Horror-Fan. Das konnte er mir mit, als kleines Kind, aber da konnte er so seine Leidenschaft mit mir leider nicht ausleben. Also, ich mein, bei ihm fing das dann bei ... Also, bei ihm fängt die Horror-Leidenschaft ab, Evil Dead aufwärts an. Ich weiß, dass meine Mutter sehr früh mit mir immer sieben gucken wollte, aber auch dann gemerkt hat, sollte sie vielleicht auch noch nicht machen, deshalb bleiben wir erst mal bei Disney-Filmen. Und deshalb, ich hatte so diesen ... Ich hatte auch keine Leute, die gerne Filme gucken so. Also, tatsächlich, so diese ganze Kindheit beschränkt sich auf sechs, sieben Filme, die ich gerade genannt hab, oder meine Jugend so gesehen. Meine Kindheit auf Disney-Filme, meine Jugend auf die Filme, die ich gerade ansprach. Und dann ging das tatsächlich erst los. Und das ist wahrscheinlich ein super weirder Werdegang, wenn man bedenkt, wo ich gerade hier sitze. Aber das ist vielleicht auch mal so ein ganz anderer irgendwie. Und jetzt guck ich ja so gesehen alles, was ich gucken kann. Überkompensation. Ich versuch, das jetzt aufzuholen, was mir im Kindesalter verbindet. Also, halt mal schon mal fest. Das ist zum einen vielleicht die familiäre Situation, das ist zum anderen vielleicht das freundschaftliche Umfeld. Wolfgang, wie war's bei dir? Bei mir fing's natürlich auch erst mit Kinderserien an, vor allem Biene Maja. Und es hat mich aber als Kind schon damals natürlich die Musik fasziniert, dass da jemand mit so einem merkwürdigen Akzent singt. Die Na, in einem unbekannten Land. Ja, also das hat mich fasziniert. Unvergessene Karagott. Und dann habe ich natürlich noch so ein paar andere Sachen geguckt, aber dann sehr früh sehr alte Sachen mir angesehen. Und ich kann gar nicht genau sagen, woher das kommt. Also, es war nicht so, dass meine Eltern mir Schwarz-Weiß-Filme vorgesetzt haben und gesagt haben, jetzt guckst du die mal. Sondern ich hatte eine Faszination für alles, was möglichst alt ist und auch ein bisschen merkwürdig ist. Mit zehn, elf Jahren habe ich die ganzen Edgar-Wollis-Filme, also es sind etwa 36 oder 40, die habe ich alle gesehen. Die wurden ja immer bei Kabel 1 wiederholt laufend. Und die haben mich fasziniert, weil ich dieses Schauspiel so großartig fand. Diese großen Schauspieler in solchen merkwürdigen Rollen zu sehen und dann auch, wie die gesprochen haben. Also dann ist dann der Kinski da, der nur sagt, Import, Export. Ja, oder Elisabeth Flickenschild. Die dann sagt, ja, ich habe ja eine ganz besondere Idee für Sie. Also diese ganzen merkwürdigen, schrulligen Figuren, die da aufgetaucht sind, die fand ich faszinierend. Und ich habe dann die ganz alten deutschen Komödien geguckt. Also nicht diese Lümmel-Filme, noch eins früher. Also mit Hans Moser, auch ein bisschen Heinz Erhardt, Hans Albers, ein bisschen Rühmann, obwohl ich den eigentlich nie so besonders mochte. Aber Hans Moser war für mich immer der Größte. Den werden jetzt viele unserer Zuschauer gar nicht kennen. Also Hans Moser war ein Wiener Schauspieler und war dadurch berühmt geworden, dass er unglaublich schön nuscheln konnte. Also er hat wirklich vieles so gesprochen, dass man es eigentlich nicht verstehen konnte. Aber das auf sehr virtuose Weise. Mit einem sehr schönen Oberlippenbart. Mit einem sehr schönen Oberlippenbart. Ich müsste mal in früher lebende Rebhaus gewesen sein. So hat er gesprochen. Und das war für mich irgendwie faszinierend, dass es solche schrulligen Figuren gibt. Und das war so das Erste, was mich fasziniert hat am Kino, was noch überhaupt keine intellektuelle Auseinandersetzung war. Und gleichermaßen war ich fasziniert dann schon von Hitchcock, so mit 12, 13 Jahren. Und habe dann diese Hitchcock-Filme immer und immer wieder geschaut. Habe zum Beispiel Marnie und Vertigo sehr, sehr häufig gesehen. Also Vertigo sicherlich am häufigsten bestimmt 50 Mal. Marnie aber auch 20 Mal. Und die hat man natürlich als Zwölfjähriger noch nicht so verstanden. Warum ist der eigentlich da hinter dieser Frau die ganze Zeit her? Und warum wird, wenn die Marnie irgendwas Rotes sieht, warum wird er dann immer ganz schummrig und so? Und da wurden ja viele Dinge aufgetan, die eigentlich ein Mensch im Alter nicht verstehen kann. Aber es hat mich fasziniert. Und ich hatte doch sehr früh gemerkt, dass da so eine ungeheure Substanz sein muss, dass man sich mit diesen Filmen immer wieder beschäftigen muss. Und das war dann aber nicht so, dass es mich ins Kino gezogen hat. Also ich bin eigentlich so sporadisch ins Kino gegangen. Dann kam irgendein Film, den sollte man gesehen haben, denn dann war ich im Kino. Oder man war auf Geburtstagen. Das gehört ja auch sehr häufig dazu, dass man sich dann zusammen irgendwie einen Film ansieht. Und vor allem ging es ja darum, sich mit Popcorn dann zu bewerfen oder das ganze Kino zu tyrannisieren. Das macht, wenn man so als Erwachsener drüber nachdenkt, gar keinen Sinn, dass man mit einem Kindergeburtstag ins Kino gegangen ist. Was? Ja, aber man hat doch überhaupt keine Zeit miteinander verbracht. Und genau, man hat sich vorwiegend mit Popcorn beworfen. Also ich fand jeden Geburtstag, wo es hieß, wir gehen ins Kino, fand ich großartig. Ich fand's auch gut. Ich fand's auf jeden Fall immer besser als irgendwelche sportlichen Aktivitäten. Ich wollte nicht klettern, schwimmen oder irgendetwas. Ich fand immer schon gut, wenn man irgendwo sitzen kann. Und deswegen war ich für das Kino. Und das eigentliche dann, also die Kinoliebe, also dass ich ganz, ganz häufig ins Kino gegangen bin, das kam nach dem Abitur. Und zwar sind ganz viele dann auf Reisen gegangen. Und ich hab gedacht, bleibt CO2-neutral. Nein, Quatsch. Das hab ich natürlich nicht gedacht. Ich hab mir gedacht, ich nehm das Geld, was man dann auch so bekommt, ja. Womit dann eben die Leute, die Reise machen, sag ich, ich geh jetzt jeden Tag ins Kino und kauf mir auch Unmengen DVDs. Also ich hatte dann schon eine recht große Sammlung, aber hab dann doch auch noch sehr viel mehr gekauft. Und dann hab ich mir eigentlich das alles so erschlossen, oder was heißt alles, aber vieles erschlossen. Der europäischen Filmgeschichte, natürlich dann noch mal die ganzen frühen Hitchcocks und dann aktuelles. Da erst nur so Programm-Kunstkino. Und dann, um ein bisschen sozial integrierbar noch zu bleiben und auch mal hin und wieder mit Freunden ins Kino gehen zu können, dann auch Mainstream. Und plötzlich hat mich der Mainstream viel mehr interessiert als die Kunstfilme, weil ich dachte, ach, das kann man ja alles herrlich analysieren. Und so kam das und alles, ja. Gab's den einen Film, wo du gesagt hast, also den einen Mainstream-Film, wo du gesagt hast, ey, warte mal, da steckt eigentlich viel mehr hinter, als es den Anschein macht? Ich glaube, es war schon so was wie Kung-Fu-Panda. Also der erste Teil war es ganz sicherlich. Es war Ice Age, war dabei. Es hat mich Herr der Ringe fasziniert, obwohl ich da noch nie eine Analyse zu gemacht habe. Aber ich will das auf jeden Fall mal machen, weil mich das, also ich glaube, ich habe damals schon gemerkt, es gibt eigentlich sehr, sehr viel her. Es waren aber dann ganz oft so diese ganzen romantischen Komödien, die es dann gab mit Ashton Kutcher und Jennifer Aniston und diesen ganzen, weil ich dachte, da erfährt man eigentlich, wie Leute jetzt zum Beispiel gerade Sex haben oder warum sie immer weniger Sex haben oder so. Das fand ich interessant. Das wird ja alles wunderbar in diesen Filmen verhandelt. Und es war nicht so der eine Film, aber es waren so einige solcher Filme, die wirklich als minderwertig galten, die mich aber dann besonders fasziniert haben und denen ich auch zum Teil eine große Qualität zuschreiben würde. Also jetzt nicht Kung-Fu-Panda, aber es gibt unglaublich viele gute romantische Komödien. Oder auch, man sieht einfach, wie gut diese amerikanischen Schauspieler in solchen Komödien agieren und was eigentlich Timing bedeutet. Und dadurch bin ich natürlich so sehr beeinflusst, dass ich dann sehr leide, wenn ich mir eine deutsche Komödie ansehe. Ja, das ist, glaube ich, aber meinst du, das ist nicht vielleicht auch ein Problem? Obwohl, nee, würde ich nicht so sagen. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, weil ich finde nämlich halt zum Beispiel, dass fast überall in der Welt Schauspieler immer ein bisschen besser annehmen können, was sie da als Drehbuch und Film irgendwie angeboten bekommen und da ein bisschen mehr darauf eingehen. Ich will jetzt, das ist vielleicht ein merkwürdiges Beispiel, aber wir hatten hier in Deutschland vor einiger Zeit diese Filme Smaragdgrün, Rubinrot, Saphirblau, so eine Fantasy-Zeitreise-Geschichte mit so einem Mädchen, das durch die Zeit reisen kann und da immer so ein paar Verwandtschaften wieder trifft und dann gibt es nur noch eine Geheimverschwörung und was weiß ich. Das ist mit jungen Schaustellen besetzt, auch mit Hannes Niewöhne zum Beispiel und Maria Erich. Und bei denen fand ich das nicht so das Problem. Die haben einfach irgendwie ihr Teenie-Ding gemacht oder beziehungsweise das Teenie-Ding gemacht, was sie da halt machen sollten. Aber dann hast du dann so, ja, dann hast du dann halt auch so eine Veronika Ferris oder irgendwie noch so ein paar andere berühmtere Namen, ja, die halt schon ihre Supervibes und was weiß ich hatten. Und da merkst du halt richtig, wie die halt so innerlich irgendwie so eine Distanz zu dem Ganzen haben. So, dass das halt alles nicht so wirklich annehmen. Also, das ist unvorstellbar, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, ein, ein, ja, ein Uwe Ochsenknecht mit einem Laserschwert irgendwie auf der Leinwand zu sehen wäre und das wirklich halt auch verkaufen kann. Ich glaub, man braucht dann ein sehr selbst, ein sehr gutes eigenes Bewusstsein, wer man selbst ist. Weil in diesem Film zum Beispiel auch ein, ich weiß den Vornamen grad nicht, Simonišek, heißt der Peter? Peter Simonišek aus Toni Erdmann? Ja. Der da spielte zum Beispiel auch mit und macht das mit Feuereifer und voller Elan, wo man so den Eindruck hat, okay, du weißt genau, wer du bist, du weißt, du spielst da gerade nur eine Rolle. Und ich glaube, die Leute, die du ansprichst, bei denen man den Eindruck hat, die wollen das gar nicht. Ich glaube, die definieren sich sehr stark über die Rollen, die sie spielen. Und das muss ja ein Peter Simonišek nicht mehr mittlerweile. Gut, er nicht mehr. Nee, nee, aber vielleicht weiß auch eine Veronika Ferris, vielleicht hat eine Veronika Ferris zum Beispiel, nicht dieses Bewusstsein, wer sie als Schauspielerin ist. Und vielleicht ist das deshalb so. Ist sie überhaupt eine richtige Schauspielerin? Nein, also ich meine eine ausgebildete Schauspielerin. Sie hatte Probleme, an der Schauspielschule angenommen zu werden, aufgrund ihrer Größe. Was ja auch ein Problem ist, dass lange Zeit an Schauspielschulen immer so Typ Gretchen gesucht wurde, was für solche Frauen schwierig machte, ob sie, ich weiß nicht, ob sie dann irgendwo gelandet ist an der Schule dann am Ende. Sie hat ja auch einen furiosen Auftritt in Gaia Valley. Das ist so ein ganz verrückter Film aus den 80er Jahren, glaube ich. Mit Elisabeth Volkmann auch. Ja, genau. Die ehemalige Stimme von Marge Simpson, nur mal als kleine Einordnung. Ja, ja. Ich weiß nicht, ich halte jetzt aber auch, ich glaube auch eine Schauspielschule hätte vielleicht auch nicht allzu viel gebracht bei Veronika Ferris. Sie, ja, sie ist nicht so interessant. Ich glaube, wir haben halt bei vielen, wir haben keine richtig gute Genretradition mehr in Deutschland. Und das war aber jetzt zum Beispiel bei den Edgar-Wallace-Filmen anders. Also bei den Edgar-Wallace-Filmen haben ja ganz große Schauspieler, die eigentlich auf der Bühne Goethe, Schiller, Shakespeare gespielt haben, haben, um Geld zu verdienen, sicherlich zum größten Teil, oder um ein bisschen populärer zu werden, in diesen Krimis mitgespielt. Und man kann das auch noch ein bisschen dann sehen in so Vorabend-Krimis wie Derrick oder so was, was dann in den 70er-Jahren aufgekommen ist, wo auch große Schauspieler mitspielen. Die spielen halt dann irgendwie die Witwe in der Vorstadt-Villa, die gefragt wird, hat hier jemand Feinde? Und die können aber dann trotzdem, auch wenn das sehr limitiert ist, Großes da rausholen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wirklich dann Kunst ist, Schauspielkunst ist, dass man auch in solchen mediokren Filmen doch eine ganz, ganz große Leistung abliefern kann. Und das können aber gar nicht so viele. Die werden dann mal stark, wenn sie dann irgendwie eine richtig fordernde Rolle haben. Sie dürfen einen Alkoholiker mit Depressionen spielen, der seinen Hund schlägt. Dann kommen die aus sich raus oder so. Aber es ist eigentlich auch eine große Schauspielkunst aus einer Rolle, die eigentlich nicht so viel hergibt, die man vielleicht nur mit ein paar Schrulligkeiten oder so aufwerten kann, daraus was zu machen. Wer das ja furios beherrscht, ist jemand wie Udo Kier, der sich in all das reinstürzt. Und dann aber doch selbst den winzigsten Rollen. Wir können uns alle erinnern, was der in Nymphomaniac gemacht hat. Wir können uns erinnern, was der in Melancholia gemacht hat. Ja, solche Dinge lässt er sich eben einfallen. Zum Beispiel, dass er dann wie so ein Pferd dann so die Scheukapfen macht, wenn er da als Weddingplanner plötzlich nicht mehr gebraucht wird bei Melancholia. Das sind aber solche Details, die es am Ende braucht, womit man dann eine Rolle ausstaffieren kann, die eigentlich recht dünn ist. Und ich glaube, das ist etwas, was die nicht so gut können. Während wir ja bei amerikanischen Filmen, das mir häufig so geht, dass dort auch die Bissen, die kleinsten Rollen gut besetzt sind, aber auch diese Leute dann hängen bleiben, die dann da stattfinden. Die ihre ewige, ja, zweite Reihe Stikmas mit sich rumtragen. Hier, wie heißt die Dame? Judy Greer zum Beispiel, die ewige Nebendarstellerin, spielt nur Mütter und Schwestern oder sowas und hat selten eine Hauptrolle irgendwie bekommen. Oder auch hier, wie heißt der große James Cromwell, der bei zum Beispiel L.A. Confidential, den Polizeichef spielt oder so, der halt immer die gleichen Typen spielt und aber auch immer nur irgendwie eine Nebenrolle hat. Schweinchen namens Babe mal ausgenommen, da spielt er die Hauptrolle. Aber da gibt's halt auch, wie gesagt, das Schwein und das ist auch dann im Zentrum des Films. Aber auch Nebenrollen können ja gut sein und interessant sein. Also ich glaube, bei vielen Schauspielern ist es nicht so schlimm, dass die jetzt keine Hauptrolle haben. Es gibt auch Schauspieler, die nicht so interessant sind, dass man sie vielleicht zwei Stunden lang sehen will. Aber in diesen kleinen Miniaturen, die sie da abliefern, da sind sie richtig stark. Und das ist eigentlich so toll an diesen deutschen Komödien auch von früher, dass die einfach besetzt waren bis in die dritte Reihe mit eigentlich guten Schauspielern, die daraus was machen können. Also selbst die Lümmelfilme. Genau, selbst die Lümmelfilme, wollte ich jetzt sagen. Da steht dann halt auch mal so ein Theo-Lingen als Schuldirektor da am Pult. Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich wieder zurück mit ein paar Anekdoten aus der Jugend. Herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Kino-Plus-Privat-Plauschrunde über unseren Werdegang in Sachen Kino und Film. Wie gesagt, bei uns waren es die Eltern, die Situation. Also die Start. Genau, die Startsituation, die halt ziemlich viel ermöglicht hat. Was mich jetzt so bei euch beiden irgendwie ein bisschen wundert, es scheint wohl niemand in eurem Umfeld gewesen zu sein, der das so ein bisschen befördert hat. Weil ich weiß halt, bei mir war es halt zum einen mein Vater, der ein Filmliebhaber ist und dementsprechend halt von seinen Patienten auch ewig viele VHS-Kassetten halt nach Hause bekommen hat. Du sagst, du hast dann mit DVDs schon angefangen zu sammeln. Also du hast, und es waren aber wohl nicht so die Freunde, die dann im Umfeld waren, die gesagt haben, ey, wir wollen heute mal das machen oder den gucken oder was. Ich weiß nur, bei uns im Umfeld oder bei mir, das war, da war jeder Stier auf den neuen Film oder auf den nächsten Film. Also da wurden dann irgendwie Cheech und Chong-Abende gemacht und keine Ahnung, dann haben wir uns Fort Faylane irgendwie zigfach reingezogen. Wenn es hieß, hier da und da ist ein Neuer auf VHS ja nicht rausgekommen, dann hat irgendeiner den besorgt, dann haben wir uns abends getroffen und haben den geguckt. Also bei uns war auch der Freundeskreis, also ich hatte so, nicht viele, aber ich hatte so zwei, drei Freunde, mit denen ich das wirklich zum Hobby wurde. Wir sind zum einen, da war ich glaube ich ab 15 oder so, sind wir immer in die Sneak, jeden Montag, das war ein festes Ritual, ich glaube drei, vier Jahre eigentlich, bis ich aus Frankfurt weggezogen bin, jeden Montag, also könnt ihr euch ausrechnen, wie oft das war, in die Sneak gegangen und das war ein richtiges, in Frankfurt war das damals zu meiner Zeit ein richtiges Event, natürlich war man jung in der Pubertät und es war auch cool, dann da zu sein vor der Sneak, man ist eine Stunde vorher hingegangen und alle standen vor dem Kino, haben miteinander gelabert und so, aber ich glaube 80 Prozent der Leute sind eben wegen dem Treffen davor hingegangen, ich war wirklich einer derjenigen, der wegen dem Film hingegangen ist und es war das Problem, das ist echt eine true story, irgendwann hat sich's rumgesprungen und es waren immer mehr Assis, wie wir in Frankfurt sagen, da und dann haben die einfach den Film gestört, also wirklich übertrieben reingerufen, Popcorn geworfen und dann hat sich das so gespalten, die einen, die da wirklich nur hingehen, um Party zu machen und die Leute, die einen Film gucken wollten und dann haben die eine OV-Sneak eingeführt und in der OV-Sneak waren nur Leute, die Bock auf einen Film hatten, da war niemand, der, also, weil die meisten, die Idioten halt das wahrscheinlich auch nicht, die Sprache nicht gesprochen haben, keine Ahnung, es war wirklich so und dann sind wir halt in diese OV-Sneak gegangen und da hab ich halt wirklich ganz viele Filme, du wurdest ja in der Sneak sozusagen gezwungen, Filme zu gucken, erstens war das sowieso damals eine andere Zeit, weil kein Internet oder so, klar, es gab die Cinema oder weiß ich nicht, die TV-Spielfilme oder so, ja, aber im Prinzip haben wir auch schon mal gesagt, bist du in einen Kinofilm gegangen, weil du das Filmplakat gut fandest oder vielleicht im besten Fall den Regisseur kanntest oder wusstest, der hat schon mal irgendwas gemacht oder so oder ein Schauspieler, damals stand Schwarzenegger ja für ein gewisses Genre sozusagen, also wusstest du, du wusstest jetzt vielleicht nicht genau, was ist das, dementsprechend enttäuscht war es dann bei Last Action Hero so ungefähr, weil es nicht, weiß ich nicht, was war. Und der kam nach Terminator 2, ne? Ja, eben, aber du bist ins Kino gegangen und in der Sneak wurdest du einfach mit Filmen konfrontiert, die ich vielleicht nie geguckt hätte, zum Beispiel Rossini hab ich in der Sneak gesehen, das wär jetzt wahrscheinlich kein Film gewesen, wo ich jetzt gesagt hätte, ich weiß gar nicht, wann das war, 93, 94, wann kam der raus, da wär ich jetzt wahrscheinlich nicht direkt so reingegangen oder auch ähm, äh, hier, ähm, From Dusk Till Dawn hab ich in der Sneak gesehen. Oh, wieso? Und das war so ein prägender Moment auch für mich, weil ich nichts wusste, ich wusste nicht, wer Robert Rodriguez ist, Tarantino sagte mir auch nicht so wirklich was, ich weiß nur, ich fand diese erste Szene in der Tankstelle, die hat mich total umgehauen, ich fand die mega cool, ich hab gedacht, sowas cooles hab ich ja noch nie auf Leinwand gesehen, wenn die dann da so cool weglaufen und die Tankstelle explodiert da hinten und dann dieser Road-Movie und ich war richtig gefesselt und dann kommen auch noch Vampire und es wird, äh, äh, also ich war völlig weggeblasen von diesem Filmerlebnis, ja, ich konnte überhaupt nicht fassen, was ich da gesehen hab und da fing das dann auch an, plötzlich kam ein DVD-Player und dann, ähm, fing es auch an, dass ich, ähm, einen DVD-Player hatte, dann in die Videothek gegangen, dort dann auch wieder, äh, Filme ausgeliehen und dann hab ich irgendwann auch angefangen, DVDs zu sammeln und davor war's in meinem Freundeskreis schon so, wir haben die Filme aufgenommen auf VHS und haben die, ähm, im Regal gehabt und haben dann so Buch geführt, wir haben dann diese Aufkleberchen, die es bei den VHS-Kassetten gab, da gab's ja immer so ein Aufkleber, äh, zwei lange, zwei, äh, ein Vetter genau, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja auch noch und dann haben wir dann A1 und dann hatten wir so ein, so ein Heft und da stand dann A1 Indiana Jones, A2 Terminator und so, dann hattest du so das Heft und mein Nachbar, äh, der Göster, Grüße, ähm, der hatte halt auch so ein Heft und dann hat er mir das Heft geliehen und dann konnte ich so gucken, was er für Filme hat und dann hab ich gesagt, oh ja, dann leihe ich mir mal A7 und A8 und dann ist er da an sein Regal gehabt, A7, A8 und das war so ein richtig, ähm, man hat, also das war, da war schon viel Leidenschaft auch im Freundeskreis dabei, was einen dann noch so zusätzlich angefeuert hat. Nee, das war bei mir überhaupt nicht, also es sind hin und wieder mal Leute mit ins Kino und manche haben auch ganz gerne Filme gesehen, aber eigentlich war diese Leidenschaft nicht so da, das liegt sicherlich auch daran, dass das Kino, ähm, auch an Einfluss da schon verloren hatte, also das ist ja auch einfach zu konstatieren, dass das in den 80er Jahren zum Beispiel noch was ganz anderes, einen ganz anderen Stellenwert hatte, auch wenn die Videotheken da schon florierten, war doch, ähm, das Kino im allgemeinen Gespräch sicherlich noch mal dominanter da und bei mir war es allerdings auch so, dass ich zum Beispiel jetzt dann nach dem Abi unglaublich gerne alleine ins Kino gegangen bin. Ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt, also wir müssen ja manchmal, für Presseverführung gehen wir ja alleine, aber geht die auch freiwillig gerne alleine ins Kino? Sehr gerne, ja. Ich glaube, an einer Hand abzählen, wenn überhaupt, ich glaube, ich war vor zwei Jahren, oder wann war das, zum ersten Mal überhaupt alleine im Kino. Da haben wir dich doch sogar, das war bei Spider-Man, ne? Das war aber dieses Jahr. Dieses Jahr? Bei Spider-Man. War das dieses Jahr oder letztes Jahr? Du bist allein bei, du bist allein zu Spider-Man. Ich wollte einmal gehen und ihr, ja, weil ich niemanden gefunden habe, der mit reingeht, weil ich wollte den Film unbedingt im Kino sehen und, äh, ich fand, überragendes Erlebnis. Also, es hat mir so gut gefallen. Es ist ein bisschen weird, wenn du dann, also, ich hab mich schon komisch gefühlt, so, du läufst dann da so rein und du bist irgendwie, du hast niemanden zum Reden, du sitzt im Kino, irgendwie, es hat schon so eine gewisse Einsamkeit, hat sich da so ein bisschen breit gemacht. Aber wenn der Film dann beginnt, ähm. Also, ich find das so furios, alleine ins Kino zu gehen. Also, ich bin kein Menschenfeind, aber ich geh, ich find das so großartig. Alleine, dann kann man das auch so, so ganz, dann, ich time das dann auch so. Also, in Koblenz ist das so, dass ich zu dem Kino exakt zehn Minuten brauche. Ich buche die Karte also online und fahr drei Minuten, bevor das Start ist, fahr ich los. dann sind die Werbung schon mal durch und dann komm ich mit den Trailern in den Saal. Interessant. Das find ich zum Beispiel ganz herrlich, dass ich da gar nicht anstehen muss oder irgendwas machen muss. Ich war zum Beispiel ein riesen Fan von der Werbung. Ja, aber ich finde, wenn man jetzt so 100, 150 Mal im Jahr im Kino sitzt, dann freut man sich nicht mehr darüber, dass aus, wenn man dieses Eis ist, dass man dann zu einem Tiger wird oder so. Das find ich dann nicht mehr so wow. Also, bei uns waren sie immer nur am Strand. Ja, früher war das sicherlich was anderes. Da hat man ja auch immer die Werbung dann fast toller gefunden als den Film. Da erinnere ich mich auch dran und man hat dann auch immer mitgeredet und mitgelacht. Aber für mich ist nach wie vor dieses alleine ins Kino gehen einfach so was sehr, sehr Schönes. Denn man kann dort so für sich sein. Es sind zwar andere Menschen da und man hofft natürlich, dass der Saal nicht ganz so voll ist, dass man so ein bisschen separierter sitzen kann. Und dann ist man in dieser eigenen Welt und hofft eigentlich, dass man auch nicht so schnell da wieder raus muss, wenn der Film gut ist. Ich finde das wunderbar. Aber das hast du ja auch, wenn du mit jemandem bist. Also, in dem Moment, wo der Film beginnt, tauchst du ja ab. Und das find ich das Schöne, dass ich geh in diese Fantasiewelt und tauche ab. Und wenn diese Fantasiewelt beendet ist, hab ich aber direkt jemanden da, mit dem ich diese Erfahrung teilen kann. Ich weiß, ich hab das früher geliebt. Das war eigentlich, gehörte zu jedem Ritual dazu, nach dem Film. Das ist ja heute auch noch immer so. Man kommt raus, guckt sich direkt an und es bildet sich so direkt im Kreis. Und heutzutage ist es nicht mehr ganz so extrem, weil man es mehr auf sich wirken lässt und so. Aber früher wurde dann direkt diskutiert, und hat der nicht, wieso hat der das, und der hat auch den, und wieso, habt ihr das verstanden, und der ist doch unter, und wieso ist der nicht? Also, ich fand das immer auch direkt, dieses darüber reden. Bei mir hat sich immer schon dann direkt so der Wunsch gemacht, ich muss in irgendeiner Form das Gesehene mit irgendjemandem teilen oder mich mitteilen über meine Gefühle, die das ausgelöst hat. Deshalb war ich auch immer in Filmforen im Internet, in Diskussionsforum. Das musste immer raus. Ich wollte auch immer überprüfen, ob meine Gefühle, die ich empfunden hab, richtig sind, ob ich den Film richtig verstanden hab, oder wie andere das sehen und interpretieren und so. Ich finde, da hat sich auch tatsächlich so ein bisschen das Drumherum ein wenig geändert, weil ich weiß nicht, wie es bei euch war. Vor allem würde mich das gleich mal bei dir interessieren, als du angefangen hast, wirklich dann einzusteigen, wo du sagst, Black Swan und was war das noch? Midnight in Paris. Midnight in Paris, das waren so diese Filme, wo du dann wirklich angefangen hast, auch die Meinung zu verfassen und zu formulieren. Ich bin tatsächlich durch zwei Errungenschaften, sag ich mal, in den noch stärkeren Bannen des Films oder des Medium Kinos oder Medium Film geraten. Das waren zum einen natürlich die Zeitschriften. In der Bibliothek hatten wir so ein Zeitschriftenregal, da stand dann die Cinema, da stand die Kino, da stand dann noch irgendeine andere Zeitschrift. Also das waren noch nicht so viele, gab's da. Und auf dem einen weiß ich noch, das Heft hab ich sogar heute noch, da war Arnold Schwarzenegger mit Predator drauf. Also das Bild, wie er da steht mit seiner schönen M16 mit dem Granatwerfer unten dran und so. Und ich dachte mir so, wow, geil, vorne drauf auf dem Cover, das muss ein guter Film sein. Und dann hab ich mir das alles durchgelesen so. Und dann gab's dann auch, und dann hab ich gemerkt, okay, der erzählt jetzt in seiner Besprechung, erzählt er über den und den Film. Und das hat der und der schon gemacht. Und ach, das haben wir ja schon bei Truffaut gesehen und was weiß ich so. Und Predator. Nein. Ich hab mir nur den Artikel, nicht nur den Artikel zu Predator durchgelesen, sondern auch alles andere so. Das wäre ein interessanter Ansatz. Wo könnte man Truffaut einbauen? Na gut. Und da war das aber immer so, die haben alle, die wissen alle, die haben alle schon mehr gesehen als ich. Und deswegen versteh ich das nicht so, wie die das meinen. Ja? Und deswegen muss ich wohl genauso wissen wie die. Also genauso viel wissen wie die. Und hab mir dann irgendwie auch diese Hefte geholfen. Tausend, ich weiß noch, ich hab's auch so ein Heft, das hab ich auch noch zu Hause. Tausend VHS oder Videofilme, die man gesehen haben sollte oder die man zu Hause haben sollte. Das war dann aufgegliedert in Familie, Horror, Thriller und was weiß ich. Und da waren die ganzen großen Filme drin, alle. Und ich bin immer durchgegangen, hab mir das alles durchgelesen, hab mir dann eine Liste geschrieben und mit der Liste bin ich dann in die Videothek gegangen. Weil ich mir gedacht hab, ich muss das und das Silverado und was weiß ich. Oder hier, wie heißt der mit John Belushi Real Men, wo er mit den Außerirdischen, du weißt das noch, wo er sich an der Werkstatt diesen, diesen... John Belushi? Ja. Da gibt's so Geheimagenten, die halt irgendwie auch Men in Black schon vorweg nehmen tatsächlich. Egal. Also wie gesagt, ich hab mir eine riesengroße Liste erstellt und bin dann halt anhand des Heftes und anhand dieser Liste bin ich halt in die Bibliothek und hab mir das alles so zusammengesammelt. Weil, und ich find, das gibt's jetzt heutzutage nicht mehr so oft. Klar, gibt man noch gern mit seinem Fachwissen an und versucht irgendwie so ein bisschen dem Zuschauer irgendwie zu sagen, an was gewisse Sachen erinnern. Aber ich find, das hat abgenommen, dadurch, dass halt diese ganze Generation, von der ich glaub ich auch gehöre, die dann angefangen hat, sich im, sag ich mal, mit Filmen auseinanderzusetzen, über Filme zu reden, über Filme zu schreiben, über Filme zu berichten, dass die angefangen haben, die Art und Weise ein bisschen zu variieren, dass dann halt mehr Persönliches reinspielt, mehr, weiß ich nicht, Allgemeineres, dass man versucht auch anhand, ja, also den Film an, zu erklären, ohne, dass man gewisse Sachen voraussetzt, die man vielleicht gesehen haben sollte. Ich weiß nicht, wie das jetzt, deswegen würde mich das mal interessieren, wie das bei dir war, als du gesagt hast, okay, ab Black Swan oder beziehungsweise Midnight in Paris, will ich jetzt da meine Fühler weiter ausstreckt. Ja, also im Grunde kam dann ja erst mal die Phase, bei der ich gemerkt hab, okay, wenn ich mich mit Filmen befassen will, dann muss ich ja erst mal Filme gucken, so ganz banal, wie das klingt. Ich möchte erst mal ein Gefühl dafür haben. Wie gesagt, das war gerade gar nicht, war wirklich gerade nicht untertrieben. Bis dahin konnte ich, na gut, wenn ich jetzt sage, konnte ich an einer Hand abziehen, wie viele Filme ich gesehen habe, ist es schon übertrieben. Aber ich hab halt wirklich einen sehr, sehr geringen Erfahrungsschatz einfach gehabt. So war es einfach. Das haben die Umstände nun mal so hergegeben. Das heißt, in meinem Kopf war erst mal, ich muss erst mal überhaupt begreifen lernen, wie vielfältig die Filmwelt so an sich ist. Dazu gehörte dann erst mal natürlich dieses, sich alle möglichen Filme, die auch nur ansatzweise für mich interessant klangen. Und da hab ich vorhin einen wichtigen Teil vergessen. Ich hab mich schon sehr, sehr, sehr früh, selbst als ich die Filme noch nicht gesehen hab, für Horror interessiert, für alles, was gruselig ist. Da komm ich dann gleich noch mal zu. Und hab dann erst mal so generell geschaut, was gibt es, was mich interessiert, wird geguckt und so weiter und so fort. Hauptsächlich aktuelle Sachen, aber auch dann so ein bisschen zurückgehen. Dann hab ich irgendwann mit Ice White Shut und Stanley Kubrick angefangen, so Hitchcock, auch teilweise so ein bisschen. Und wie gesagt, gerade Horror war ich wahnsinnig interessiert. Also wenn man mir vorwirft, dass ich viele Klassiker nicht kenne, das stimmt beim Horror nicht. Beim Horror hab ich halt wirklich, weil mich das so interessiert hat, hab ich da halt wirklich so ziemlich alles gesehen. Aber aufgrund von welchen Informationen? Das würde mich interessieren. Woher kam, woher kam, weiß ich nicht, das Bedürfnis zu sagen, ich muss jetzt den Exorzist gucken oder irgendwie sowas. Weil mich Angst schon immer total fasziniert hat und weil mich immer schon total fasziniert hat, wie Dinge Angst erzeugen. Und da hab ich tatsächlich früher auch viel gelesen. Also ich hab zum Beispiel Shining und wie heißt das, Das Schweigen der Lämmer gelesen, weil ich sie noch nicht gucken durfte. So da hat einfach, ich bin auch super gerne früher durch Blu-ray und damals eher noch DVD-Läden und so gegangen und hab mir Horrorfilmcover angeguckt, weil ich das total faszinierend fand und mir durchgelesen hab, was sich Leute ausdenken können. Ich werd nie vergessen, wie ich das Saw-Cover in der Hand hatte und mir hinten durchgelesen hab, worum es ging und ich dachte, boah, geil, dass sich Leute sowas ausdenken. Also ich hab die, ich hab die sehr, sehr, ich hab, bin jemand zum Beispiel auch der FSK-Freigaben super ernst genommen und ich hab selbst mit 18 noch keine Filme ab 16 geguckt. Ich bin da ein supergroßer Schisser. Mein erster Horrorfilm war Blair Witch Project, mein zweiter Saw. Also wirklich, da ist, ich hab, das hat mich super fasziniert. Ich hab mir online durchgelesen, wie Horrorfilme ablaufen, aber ich hab sie mir nie angeguckt. Das ist mal so kleiner, als so einen kleinen Horror-Exkurs. Und dann geht's auch tatsächlich schon in die Richtung, dass ich dann angefangen hab, Kinogängerin zu werden. Dann hab ich mir nämlich, und da komm ich wieder auf das zurück, was du gerade gesagt hast, mit dem alleine ins Kino gehen. Ich hab mir dann so eine Flatrate-Karte geholt und hab dann so, eineinhalb Jahre lang, wirklich war ich so ziemlich in jedem Film, den ich erwischen konnte. Und da das, das war die Cinemax-Karte, wir haben vier, drei oder vier Cinemax-Kinos in Hamburg, wenn man das Holi mitzählt, das geht ja auch über Cinemax, da kann man in eineinhalb Jahren, wenn man keinen Anspruch darauf hat, dass andere Leute mit einem gehen, kann man wirklich wahnsinnig viel gucken. Und hab dann auch gemerkt, wie toll das ist, Filme mehrmals im Kino zu gucken. Und ich hatte aber komischerweise nie das Gefühl, ich muss, um einen Film zu verstehen und um einen Film beschreiben zu können, unbedingt die Filme gesehen haben, auf die der Film vielleicht anspielt. So, und das hat mir auch, ich bin dann ja in eine Redaktion von einem Kinomagazin hier in Hamburg gekommen, hab zum Beispiel auch die Cinema abonniert, also dann wurde es auf einen Schlag immer mehr, so von gar nichts, so von null auf hundert so ungefähr. Und da hat man mir tatsächlich immer gesagt, das ist eigentlich durchaus so ein kleiner Pluspunkt, weil ich seh ja die ganzen Filme dann und wenn ich nicht raffe, worauf sie Bezug nehmen, dann ist das für mich in dem Moment alles total neu und dann bin ich total begeisterungsfähig. So, das ist, na klar, fehlt dann eine gewisse, oder fehlte damals vor allem eine gewisse filmhistorische Bildung, nennen wir das mal so, die ich ja auch jetzt schon seit einigen Jahren versuche, mir immer mehr anzueignen, weil ich auch glaube, dass gerade für Leser, die dieses filmhistorische Vorwissen haben, dass es für die auch durchaus wichtig ist, dass sie wissen, worauf nimmt das Bezug, woran erinnert das, bla bla. Aber ich hab gerade in der Anfangsphase sehr genossen, dass ich das alles total, dass das für mich alles total neu war und trotzdem war ich schon alt genug, um sämtliche Faszinationen irgendwie ergreifen zu können. Weil ich glaube, wenn man jünger ist und dann schon das Medium Film für sich entdeckt, ist das auch eine ganz andere Form von Faszination. Aber zu sagen, okay, ich sehe jetzt schon mit Anfang 20 diese ganzen Filme das erste Mal, dann kann ich vielleicht viel mehr Informationen beim ersten Mal gucken schon abgreifen, als wenn ich da sechs oder acht bin oder so. Also ich glaube, alles hat so seine Vor- und Nachteile und ja, ist glaube ich wahrscheinlich nicht der konventionellste Weg, wenn man überlegt, was ich jetzt so mache. Aber es ist auch ein Weg. Bei mir war es vor allem das Feuilleton. Also ich hab dir ja damals erst die... Wer hätte es gedacht? Ich hatte erst die Süddeutsche Zeitung, also als man die noch ganz gut lesen konnte, hatte ich die Süddeutsche Zeitung abonniert und danach die FAZ. Und dann wurde sie zwölf. Und da habe ich natürlich dann die Kritiken immer gelesen oder auch diese großen Nachrufe, Antonioni, Bergmann gestorben oder so. Und dann hat man das, die sind ja kurz nacheinander gestorben, das war unglaublich. Und dann habe ich gesagt, jetzt alle Bergmann-Filme gucken. Das habe ich dann auch gemacht. Das war wunderbar. So ging es mir mit Police Academy. Ja. Und das auch schön, in frühen Jahren Szenen einer Ehe zu sehen. Das kann entweder abhärten oder auch eine Warnung sein. Ja, aber das hast du doch alles nicht verstanden. Ich meine, ich habe mir Kramer gegen Kramer angeguckt. So, weil es hieß, oh, hier, das große Drama. Also ich habe da aber schon diese Haltung gehabt, ich muss das jetzt auch, da war ich ja auch keine Zwölf mehr, aber da hatte ich aber die Haltung gehabt, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Das war ja schon, das war ja nach dem Abi und so, dass ich mich damit anders auseinandersetzen muss. Und dann habe ich eben sehr stark eben diesen Bezug zum Feuilleton gehabt und habe geguckt, welche Referenzen gibt es dort und habe die sehr stark dann auch nachvollzogen. Heute ist das für mich sehr weit weg wieder. Also hin und wieder schreibe ich ja auch selbst für das Feuilleton, aber sonst ist eher so die klassische Feuilleton-Filmkritik, da denke ich eher, okay, Boomer, aber ist es nicht mehr so, dass man es sich verfolge. Man sagt, das triggert mich. Du bist aber keiner. Ich weiß, aber es triggert mich trotzdem, dass es diese Begrifflichkeit gibt. Jetzt müssen wir mal kurz nachhaken. Doch, wir sind welche. Baby-Boomer. Nein. Okay, Boomer, Boomer sind geboren, die sind jetzt zwischen, ich glaube, 54 und 63 oder so. Okay. Um noch ergänzend zu dem, was Daniel eben an dieses Buch, tausend Filme, die man haben muss oder irgendwie so. Ich habe mir sehr früh diese, ich weiß nicht, ob die allgemein bekannt sind oder ob das irgendwie nur so eine Entdeckung von mir war. Es gibt so Bildbände nach Jahrzehnten, die sind ungefähr so groß und je nach Jahrzehnt auch wirklich ordentlich dick und da sind, glaube ich, die 150 wichtigsten Filme in diesem Jahrzehnt dann immer. Also ich glaube, ab der 70er habe ich das. 70er, 80er, 90er und 2010er. Und das war auch noch mal so, da, als ich gemerkt habe, okay, ich sollte vielleicht auch langsam mal ältere Filme an mir anschauen, da war das tatsächlich so. Da habe ich es genauso gemacht wie du. Ich habe die durchgeblättert. Das sind immer vor allem Bilder, halt weil es Bildbände sind, aber verschiedene Journalisten schreiben halt auf durchaus emotionaler Weise, also nicht so kritikermäßig, sondern einfach so fast wie längere Anekdoten zu diesen Filmen, schreiben sie dann darüber und machen tatsächlich sehr deutlich, warum diese Filme in der jeweiligen Dekade wichtig sind und wodurch die Filme wichtig waren und bis heute sind. Und da habe ich es dann so gemacht wie du, dass ich mir tatsächlich die Filme rausgeschrieben habe, die mich selber erst mal interessieren und dann auch, wo ich merke, okay, aus den und den und den Gründen sind die wichtig, dann ist der wahrscheinlich gerade für das, was ich mache, notwendig. Also den kann ich sehr empfehlen. Ihr hattet echt das Glück, dass ihr alle schon das Internet hattet. Also ich weiß noch, mein Nachbar, der wirklich im Haus nebenan gewohnt hat, André, auch Grüße an dieser Stelle, der war auch riesengroßer Filmfan. Glück, wirklich. Der kam von Ostdeutschland rübergezogen, direkt in das Haus nebenan und ich habe ihn dann kennengelernt und der war auch richtig, schon richtig filminteressiert, aber vor allem richtig in Horror interessiert. Und er wollte immer krasse Sachen gucken und so weiter. Und wir hatten, ich weiß nicht woher oder wieso, ich hatte die mal bei irgendeinem Almost Daily, hatte ich die mal mitgebracht, so eine Jubiläumsausgabe. Wir haben, wir sind in den Besitz gekommen von zwei VHS-Kassetten. The Art of Horror 1 und 2. Der ist kein Film, sondern es ist einfach tatsächlich ein bisschen besseres Werbevideo, denn da sind zwei VHS-Kassetten voll, das wurde von einer Videothek in Holland in Auftrag gegeben, die hatte einfach ihre krassesten Filme genommen und hat die halt hintereinander so kurz zusammengeschnitten und hintereinander gepackt und dann haben sie halt Italien-Horror-Bereich, Spanischer Horror, Kannibalenhorror, Animes und was weiß ich. Und dann gab es mir so eine Erzählstimme, die hat dann halt so ein bisschen was zu diesen Filmen erzählt. Und das war für mich ein, boah, es war ein Erweckungserlebnis. Weil wir haben uns halt... Aber liegt vielleicht die Faszination und auch diese Sammelleidenschaft, die ihr jetzt beide beschreibt, auch darin, dass es eine Verknappung gab, es war kein Überfluss. Also man musste Filme, oh, der wird heute nachts um eins gebracht, da muss ich nochmal aufstehen, den Videorekorder andrücken und lauter solche Dinge. Ja, wenn die mal wenigstens um nachts eigentlich nur gebracht wurden. Wenn die überhaupt gebracht wurden oder eben dann wurde viel geschmuggelt und all das. Das macht ja erst auch den Reiz zum Teil dann aus. Und wir haben ja heute einen unglaublichen Überfluss. Oder sagen wir so, wir haben einen vermeintlichen Überfluss. Wir haben natürlich Content ohne Ende, um dieses Unwort mal zu verwenden. Wir können durchstreamen, aber wir finden ganz viele Filme ja auch immer noch nicht. Also gerade jetzt in New Hollywood habe ich vieles auch noch sehen wollen, was ich gar nicht bekomme. Also jetzt nicht für die Sendung, sondern zum Beispiel der Film von Barbara Loden oder so, den bekommst du dann nicht, obwohl das so eine Ikone des New Hollywood ist. Und ganz, ganz viel ist einfach überhaupt nicht präsent. Du kannst es dann irgendwo importieren von weiß Gott woher. Aber damals gab es nicht nur das, war es tatsächlich so, dass man eigentlich nicht so viel verfügbar hatte und man sich das erkämpfen musste oder man musste sich dann doch vielleicht schon in die Videothek reinschmuggeln, auch wenn es eigentlich nicht ging und so. Und das hat ja auch einen besonderen Reiz ausgemacht, den man heute nicht mehr hat. Also man hat nicht das Gefühl, man muss irgendeine Grenze überschreiten. Es ist alles so niedrigschwellig, dass man auch sagt, ach, ich habe eigentlich alles da, dann gucke ich doch wieder irgendeine sinnlose Serie. Es gibt noch einen ganz anderen entscheidenden Faktor, den man auch zum Beispiel bei der Musik kennt. Ich habe das auch schon an anderer Stelle gesagt, wenn du dir früher ein Album gekauft hast, das irgendwie 30 Mark gekostet hat, das hast du ja rauf und runter gehört. Du konntest fast jeden Song mitsingen. Heutzutage, dadurch, dass du, ich habe neulich gesehen, was irgendwie die Werbung für Apple Music, 50 Millionen Songs gibt es. Wo ich mir auch gedacht habe, ja, wenn es nur 30 wären, würde man da nicht kaufen oder was? Ab wie viel Millionen Songs würde man denn sagen, na okay, das reicht mir. Aber gut, anderes Thema. Du hast also ein unfassbares Angebot und dadurch auch eine ganz andere Geduld und auch eine ganz andere Aufnahme. Wenn ich mir in der Videothek einen Film geliehen habe, ich habe mir zum Beispiel aus der Videothek damals geliehen, auch in der Originalversion, der talentierte Mr. Ripley. Unfassbar langweiliger Film. Zumindest habe ich den so abgesprochen. Ich habe ihn seitdem auch nie wieder gesehen. Ich fand ihn langweilig. Aber ich habe ihn komplett... Der Roman ist besser. Gut, habe ich nicht gelesen. Aber ich habe den dann gesehen. Aber ich habe natürlich von Anfang bis Ende hoch aufmerksam und habe sogar die Bonus-Materialien, die auf dieser DVD waren, auch durchgearbeitet. Weil ich habe dafür gezahlt, irgendwie was weiß ich, 5 Mark, 6 Mark für zwei Tage. Hatte den da. Und dann wird er halt auch geguckt. Ja, wenn das jetzt bei Netflix gewesen, hätte ich vielleicht nach 15 Minuten, ist immer noch nichts passiert, weg. Und das ist natürlich auch, du wirst dann natürlich auch anders konditioniert. Du weißt es vielleicht auch ein bisschen anders zu schätzen. Und zum Beispiel, was auch wichtig war, ist das wirklich das öffentlich-rechtliche Fernsehen, möchte ich an der Stelle auch noch mal sagen. Weil man schon auch ein bisschen darauf angewiesen war, was im Fernsehen lief. Und auch dadurch habe ich dann einfach mal geguckt, was ist denn das? Ich habe zum Beispiel, wie heißt der Film? Das ist, ich glaube, Der Schrei im Dunkeln. Oder, nee. Auch so ein Thriller aus den 60ern. Mit der Blinden. Wir lassen, wir forschen kurz nach. Wir gehen einmal kurz in die Warte. Warte, bis es dunkel wird? Nee. Das ist ein Horrorfilm. Am helllichten Tag? Nee, nicht. Den habe ich da auch. Aber auch ein gutes Beispiel, ja. Es geschah, ganz kurz bevor du... Nicht so hektisch, wir haben eh keine Werbespotenzial. Es geschah am helllichten Tag. Sehr gutes Beispiel. Das habe ich bei meinem, äh, äh, meinem Vater damals geguckt, weil er und seine Frau den abends geguckt haben und ich dachte erst so, ach, was ist denn jetzt hier Heinz Rühmann? Gerd Fröbe. Ja, Gerd Fröbe und dann auch noch Schwarz-Weißes. Wird doch bestimmt hochlangweilig. Und am Ende saß ich so da. Ich war völlig geschockt. Ja. Ich war völlig angespannt. Ich fand es so spannend. Und das war mit ein Film, der, ähm, mich dann so auf Hitchcock und so gebracht hat, weil ich gedacht habe, Moment mal, diese schwarz-weißen Filme, äh, ohne Zeitmaschinen und Laserschwerte, die haben ja ein, die haben ja eine ganz komische Wirkung auf mich. Das hatte ich, hätte ich nie für möglich gehalten. Und plötzlich bin ich in so ein ganz anderes Genre geschlittert und hab plötzlich angefangen, Hitchcock-Filme zu gucken. Und ich war völlig weggeblasen. Wie spannend die sind. Der erste Hitchcock, den ich dann gesehen hab, war bei Anruf Mord. Und, und ich bin fast gestorben vor Spannung. Ist der Wundschot, ne? Oder? Nee, das ist Cocktail-Veranstaltungen. Cocktail-Veranstaltungen. Ja, und ich, weil ich hab das auch noch, da war ich vielleicht zehn oder so, und ich hab das aber verstanden. Ja, es ist ja nicht ne megakomplizierte Geschichte eigentlich. Und es war so spannend. Ich konnt's überhaupt nicht fassen, ja? Und, äh, und plötzlich hat sich so ne komplett neue Tür zu nem neuen Filmuniversum geöffnet. Und ich glaube, das war für mich auch immer wichtig, dass ich immer wieder, und dann irgendwann kam dieses New Hollywood, diese 70er, dann hab ich dann irgendwann, hab ich, glaub ich, French Connection oder sowas gesehen. Und war, war dann, dann hat mich da wieder irgendeine Facette oder der Pate, irgendwann der Pate, hab ich gedacht, das ist bestimmt so ultralangweilig, das werd ich nicht mal verstehen wahrscheinlich. Und dann hat mich das aber so in seinen Bann gezogen, weil da so viel, weil die Szenen waren so lange und ruhig, und ich war in diesen Szenen drin, in dieser Hochzeitsszene am Anfang, von der Pate, ja? Das hat mich irgendwann, da konnte ich mich drauf einlassen und hab richtig in dieser Szene gebadet. Und so hatte, so hab ich plötzlich ne Leidenschaft für Filme gekriegt und auch Vorurteile abgebaut. Und hab einfach gedacht, okay, es hat nichts mit dem Alter oder mit dem Budget oder sonst was zu sagen, sondern es gibt, es gibt überall, gibt es Perlen. Und meine Aufgabe ist es sozusagen, die zu finden und zu, zu konservieren. Und so hab ich dann versucht, meine DVD-Sammlung aufzubauen, dass ich gesagt hab, ich will alle Filme, die ich super finde, will ich besitzen. Und so wie so ein Vermächtnis irgendwann mal festzuhren. Und das war so, ja, deshalb ist es ganz wichtig, dass man unterschiedliche Einflüsse bekommt. Ob durch Freunde, Eltern oder durchs öffentliche Rechtliche. Öffentlich-rechtliche. Ja. Ich würd da gleich auch nochmal drauf eingehen, aber jetzt mach ich tatsächlich trotzdem nochmal Werbung. Herzlich willkommen zurück zu unserer privaten Plauschrunde hier beim Kino Plus Spezialbonbon zum Thema Wie sind wir eigentlich ans Thema Film gekommen? Und warum hat uns das so fasziniert? Eddie hat jetzt endlich den Film gefunden, der ihn damals so fasziniert hat, Warte, bis es dunkel ist. Warte, bis es dunkel ist. Auf Englisch Wait Until Dark von Terrence Young. Musik von Henry Mancini und mit Audrey Hepburn und Alan Arkin. Und das war ein Film, wo es um Psychopath geht und sie ist blind und ihr Mann ist auf Reise und dann bricht er bei ihr in die Wohnung ein und sie ist plötzlich, geht das Licht aus in ihrer Wohnung und sie hat dadurch diesen Vorteil, weil sie ist blind, und es entsteht so ein Katz-und-Maus-Spiel mit eigentlich einer Frau, die komplett unterlegen ist, weil sie ist blind, sie ist schwächer und der Psychopath ist unmittelbar in ihrer Nähe. Und dann hab ich auch geguckt mit zehn, elf, zwölf, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, aber der hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen und das war dann so eine Phase, wo ich dann halt auch für so, der ist von 1967, also für so ein richtiger, ähm, solche, ja, Hitchcock-esken oder auch, ähm, ähm, na, was hast du gesagt, Edgar Wallace oder solche Filme, ähm, gesehen hab. Bei mir war das tatsächlich noch einen Tick anders so, weil ich mein, als ich groß wurde mit den ersten Sachen in Kontakt, da gab's halt drei Sender, ne? Es gab halt ZDF, ARD und es gab irgendein drittes Programm, was wir halt so hatten und das Highlight war natürlich dann dieses Sommerkino, wo du anrufen musstest und den Film, aus drei Filmen konntest deinen auswählen und konntest dann halt, äh, bestimmen, welcher Film an dem Abend laufen soll. Ey, das muss ich dir mal vorstellen, ne? Da hat das Volk abgestimmt, welcher Film am Samstagabend im Fernsehen läuft und da liefen halt die ganzen Winnetou-Filme, ne? Batman. Winnetou 1, 2 und 3, Old Shatterhand, da lief dann aber auch, was ich, das waren für mich zum Beispiel so die ersten Sachen, wo ich gemerkt hab, das ist, das ist unglaublich anziehend auf mich, das sind so diese alten Jules Verne-Filme. Reise zum Mittelpunkt der Erde, mit hier mit James Mason zum Beispiel. 20.000 Meilen. 20.000 Meilen oder mehr. Kirk Douglas. Genau, Kirk Douglas, aber auch hier die geheimnisvolle Insel und so diese etwas billigeren, die sie dann halt noch gemacht haben oder wie heißt der, der ist, glaub ich, auch im Erdkern so eine richtige Fabrik oder irgendwie sowas. Da war ich noch so überrascht, weil der Film ist eigentlich schwarz-weiß, aber man sieht halt, wenn man diese Fabrikanlagen sieht, sieht man immer so einen blauen Schimmer, weil die da irgendwie so mit Elektrizität oder sonst irgendwas arbeiten oder mit Kernkraft oder sonst irgendwie. Und da war ich noch so erstaunt, dass plötzlich eine andere Farbe in einem schwarz-weiß-Film drin ist. Und das waren so die Sachen so, da hab ich dann auch wirklich gesagt, hier Mama, ruf da bitte an, ich will das sehen. Aber auch, weil wir sicherlich alle auch geguckt haben, am Wochenende, fast jeden Samstag lief ein James-Bond-Film. Ja, James-Bond war auch für mich. Und das war auch für mich komplett, das war ein richtiges Event. Also da haben wir teilweise mit der ganzen Familie vom Fernsehen, also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber da saßen wirklich, meine Mutter, ihr Freund, meine Schwester und ich, die saßen vom Fernseher und haben James-Bond geguckt. Und das war ein richtiges Event. Vor allem James-Bond war das, was ich als Actionfilm zuallererst kennengelernt hab. So was wie Stirb langsam und so weiter, das war ja alles noch fernab davon. Also das waren meine Actionfilme. Plus dann aber auch so was wie, ja, Heinz Rühmann, wenn der Vater mit dem Sohne, hab ich zigfach gesehen so, weil mein Opa den aufgenommen hat, oder drei Mann in einem Boot mit Heinz Erhard, ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Das war natürlich... Remsee, Gute Herr. Genau, genau, genau. Und das waren so die Sachen, die dann halt bei uns in der Familie so gerne mal von Oma und Opa aufgenommen worden sind. Mein Onkel, wurde ja mal geguckt. Oder sowas. Mononkel. Oder hier, hier die Peter-Alexander-Filme, Weiße Rösel, hier Tante Charlie, oder wie das hieß, und so. Charlies Tante. Ja, Charlies Tante, genau. Und das waren so, das war natürlich hier dieses High-Tech-Heits-Programm, was bei uns im Hause gerne mal gesehen ist. mit dem Niesnagel. Ja, das war ja die Lümmel von der Lümmel. Aus der ersten Reihe. Und deswegen, und da war, da lief dann sowas wie, keine Ahnung. Die werden ja auch im Übrigen alle immer noch ständig wiederholt im Öffentlich-Rechtlichen. Also Feuerzangen-Bolo halt auch. Der Sonntagnachmittag im ZDF und ARD ist doch, hat sich nicht so wahnsinnig geändert. Also da gibt es immer noch sehr viele dieser Filme, die natürlich aus so einer Zeit heraus entstanden sind, wo man sich mit der Vergangenheit nicht beschäftigen wollte, der Zukunft aber auch nicht zugewandt war. Und man sich irgendwie so einlullte in Filme, die von der Zeit erzählten, die es nie gab. Und das war, also das hat ja eine solche Possierlichkeit auch gehabt. Aber es war zum Teil nicht so schlecht gemacht. Aber da waren die Amerikaner auch nicht viel besser. Also ich erinnere mich auch, also frühe Erinnerungen, die ganzen Elvis Presley-Filme. Oder die Esther Williams-Filme. Jetzt mal wirklich, da werden Filme produziert um einen Schwimmstar. Also eine Frau, die halt noch nie irgendwie Geschauspieler hat in ihrem Leben, aber die halt irgendwie eine berühmte Synchronschwimmerin ist. Und über die wird ein ganzer Film gestülpt. Ja, und dann guckst du dir das an. Und nicht nur einer. Ja, und nicht nur einer. Da hat Andy Murphy in seinem Stand-Up gesagt, Elvis Presley war so ein schlechter Schauspieler, dass sie, aber so ein guter Sänger, dass sie alle seine Texte ihn haben singen lassen. Ja, oder die Doris Day-Filme, die es damals gab. Und die Doris Day übrigens hat ja dann auch wirklich, also da sieht man so richtig den Untergang dieses konventionellen Hollywoods. Also für die war ja Ende der 60er Jahre dann auch einfach Schluss. Das war so ein Frauentypus und auch alles, was die verkörpert hat, was einfach nicht mehr funktioniert hat. Bettgeflüster, ne? Ja, Bettgeflüster mit Rock Hudson hat die ja dann viel gespielt. Die sollte ja im Übrigen, das nur am Rande, sollte ja in Reifeprüfung, sollte sie ja die Rolle von Anne Bancroft machen, also die den jungen Mann dann verführt. Und das wollte aber Doris Day nicht. Und es gibt einen schönen Satz von der, wie heißt er, Oskar Lewand, ein Filmkomponist, der mal gesagt hat, ich kannte Doris Day noch, bevor sie Jungfrau war. Denn genau das war eigentlich immer so ihre Rolle. Aber das auch, ne? Also ich mein, das ist der Mann, der zu viel wusste, oder? Ja. Ja? Wirklich, ne? Die Szene, diese Montage am Konzert, beziehungsweise wenn sie wenn sie dann halt in der Botschaft da an dem Flügel sitzt und dann halt wirklich so laut wie es geht in die Tasten haut und que sera sera singt, damit der Sohn's auch ja hört, das waren für mich, wo ich auch gedacht hab, als kleiner Junge so, boah, spannend. Ja, genau. Diese Hitchcock-Filme, die funktionieren tatsächlich schon nicht vielleicht in ihrer kompletten Komplexität, aber auf so einem, das ist ja auch, was Scorsese gesagt hat, neulich in diesem, in seiner Rechtfertigung über die Marvel-Kontroverse, dass das ja auch im Prinzip Theme-Park-Movies waren von Alfred Hitchcock. Also das waren sehr unterhaltsame Filme auch für junge Leute, ohne jetzt die reduzieren zu wollen oder so, aber das hat schon für mich auch funktioniert. Ja. Also als meine Mutter mitbekommen hat, dass ich mich so für eher gruselige Sachen interessiert hab, da hat sie mir die Vögel gezeigt. Der ist krass eigentlich. Den durfte ich zum Beispiel nicht gucken, da wurde immer gesagt, da bist du, der hat zu, viele Szenen, die noch nicht für dich sind. Ich durfte Francie nicht sehen, weil es da eine Vergewaltigung gibt, aber in der Nachbarschaft waren einige Ältere und da gab's im Übrigen ein paar, die durchaus älteren Filmen sehr aufgeschlossen waren und die haben den dann aufgenommen und dann haben wir dort dann Francie geguckt. So war's bei uns mit Nightmare on Elm Street. Ja. Den durfte ich nicht gucken, aber ich hatte so in der Straße, in der ich gewohnt hab, so zwei Ältere und die haben den geguckt und dann saßen wir abends im Sommer immer so auf der Mauer und da hat jeder erzählt und dann haben die von Nightmare erzählt und die haben's natürlich tausendmal schlimmer erzählt. Und dann ist da dieser Kindermörder und der andere hat dann immer gesungen eins, zwei, Freddy kommt vorbei und ich hab nur, ich kannte gar nichts, ich kannte nur natürlich das Cover und die Erzählung und in meinem Kopf war das das Schlimmste, was es je also es geben musste. Die haben das halt so gruselig erzählt und dann und dann kommt Freddy und der zerhackt die Kinder in ihren Träumen und so und ich hatte mehr Angst von den Erzählungen von den Großen über die Filme als und hatte den Film selber eigentlich nie gesehen. Die Erzählungen, die machen's. Tanz der Teufel. Also als erstes Mal Tanz der Teufel in der Hand hatte, ich hatte mich gar nicht getraut dieses Ding in den Player reinzuschieben, weil ich gedacht hab, okay, wenn ich das jetzt gucke, ist mein Leben vorbei. Das ist wie das Necronomicon selbst. Also wenn ich das jetzt gucke, würde ich auf jeden Fall verstört sein und dabei und das Lustige ist, bevor ich Tanz der Teufel gesehen hab, hab ich tatsächlich schon ein paar wirklich sehr harte Filme gesehen, die ich niemals in dem Alter hätte sehen dürfen, aber ich kam irgendwann mal in die Gelegenheit, zum einen Dawn of the Dead zu sehen, da war ich sehr, sehr jung. Und The Beyond, also wie heißt der auf Deutsch? Über dem Jenseits von Lucio Fulci und die Italiener sind ja damals in den gerade 70er, 80ern, da waren die ja wirklich das musste ja alles noch eine Spur schlimmer sein als die Amerikaner und noch eine Spur heftiger und so weiter und das wurde so zelebriert und ich bin da wirklich nachhaltig verstört rausgegangen, aber dann hast du plötzlich Tanz der Teufel in der Hand. Der legendäre Film, wo die Frau vom Baum vergewaltigt wird und hier mit dem Bleistift und wenn sie eben die Augen auspulen und was du alles noch gehört hast so und dann sitzt du dann davor und denkst dir, hm, ja ist schon heftig, ne ist schon cool, aber irgendwo. Ich hab den gesehen, nachdem ich das Remake gesehen hab, da müssen wir ja ehrlich sein mittlerweile, das Remake wurde ja zu einer ganz anderen, das von, ähm, Evil Dead. Das ist das Neue, genau. Also nicht Evil Dead 2. Nee, nee, das Neue. Und das ist ja so gesehen schon sehr auf den Terror-Effekt aus, viel mehr als das Original so. Im Original war sogar noch Humor drin. Genau, und ich hatte trotzdem immer noch die Vorstellung von Tanz der Teufel im Kopf. Das war eine super abgefahrene Erfahrung, weil ich dachte, ey, ernsthaft, das jetzt, weil der ist ja auch mittlerweile ab 16 freigegeben, aber was ich zu diesem ganzen öffentlich-rechtlichen und Fernsehen generell noch sagen kann, ist, ich hab irgendwann gemerkt, dass ich halt super zart beseitigt bin, was Horror angeht, sodass ich den halt, ich hab lange Zeit Horrorfilme gelesen und nicht geguckt und ich erinnere mich an einen Abend, wo ich hab dann immer in den Fernsehzeitungen geguckt, bei welchen Filmen steht Horrorfilm drunter und wollte ich mir die immer angucken. Meistens bin ich vorher eingeschlafen, aber einmal gab es, es gibt von Stephen King eine Verfilmung von Thinner. Ja. Und dieser Film fängt damit an, das weiß ich immer noch, ich hab den auch seitdem nicht noch mal gesehen, aber ich weiß es noch, das ist bestimmt 15 Jahre her oder so, wo eine alte Frau überfahren wird und dann sieht man in Nahaufnahme die Windschutzscheibe, da klebt Blut drauf und die Scheibenwischer wischen hin und her. Ab da konnte ich nicht mehr, weil da so ein gruseliger Soundeffekt drauf war. Das war dann für sehr, sehr viele Jahre mein letzter Versuch, Horrorfilme zu gucken unter meiner FSK-Freigabe. Aber hast du nicht Meet Joe Black gesehen? Nein. Hab ich bis heute nicht gesehen. What? Nein. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber nicht, weil er mir zu gruselig war. Nein, nein, aber weil du ja generell, sag ich mal, dem Schmonz nicht abgeneigt bist. Ich auch. Und Meet Joe Black ist ja schon so ein bisschen ... Aber der ist doch so mega lang. Ja, aber das ist mega langer Schmonz. Aber es ist halt schon der Olymp des Schmonz. Ja, aber er hat die beste Todesszene, glaube ich, die ich jedem Film gesehen habe. Den hab ich auch in der Sneak gesehen übrigens. Und da wird ja Brad Pitt, das ist jetzt kein großer Spoiler-Direktor am Anfang, wird von ungefähr drei Autos überfahren. Die gingen doch neulich viral immer wieder. Er geht über die Straße und jetzt so bong, bong, bong. Und ich weiß, dass ich fast jubelnd aufgestanden bin im Kino, weil ich die Szene so gefeiert habe. Weil es ist so fantastisch inszeniert. Ja, ich hab die ... Quasi limbo-mäßig hochgehalten. Ja, ich hab die Szene neulich gesehen. Die ging mal wieder viral offenbar. Weil ich hab dann mal gefragt, was ist mit dem Film auf sich. Und hat man mir erklärt, ja, das ist immer so jahresweise. Also mal finden ihn ganz viele gut und dann entdecken wieder ganz viele, wie furchtbar der eigentlich ist. Und dann finden ihn wieder ganz viele Scheiße. Und ich wäre anhand dieser Szene niemals darauf gekommen, dass das wirklich als Film existiert. Also, das sieht schon sehr absurd aus. Man hat sich auch echt gefragt, warum dieser Film so lang ist und was sie sich alle dabei gedacht haben. Ja. Ich hab damit was anderem vorlieb nehmen müssen. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Nämlich, es gibt noch einen Film, den ich häufiger gesehen habe als Vertigo. Und zwar Dirty Dancing. Aber nicht freiwillig. Es war nämlich so, Du hast nicht freiwillig Dirty Dancing über 50 Mal schauen müssen. Unfreiwillig. Jetzt wirst du, Jetzt bin ich gespannt. Wurde ich gefoltert oder was? Nein, es war so. In der Nachbarschaft waren viele Mädels, die waren so zwei, drei, vier Jahre älter. Und mit denen hatte man immer so viel zu tun. Und die waren an so einer Phase mit 14, 15 so ein Gefühl, das glaube ich unsere Britney Spears gut auf den Punkt gebracht hat. Not a girl, not yet a woman. Ja, so in dieser. Und in dieser Phase wollten sie, glaube ich, eben nicht zurück in die Kindheit. Sie wollten aber auch nicht sozusagen in die Gegenwart der Jugendkultur eintreten, sondern schufen sich so einen Hort, der aus Dirty Dancing bestand, den man in einer Regelmäßigkeit sich ansah, dass es wirklich auch für viele Umstehende befremdlich wirkte. Also es konnte passieren, dass drei, vier Mal die Woche Dirty Dancing sich angesehen wurde. Und ich fand das so faszinierend, dass die so fasziniert von dem Film waren. Also ich habe das geguckt und dachte auch, ja, ist ganz schön, die tanzen da. Und es gab die zwei, drei guten Lieder. Aber die waren ganz besessen davon und versuchten eigentlich, sich dort so eine Zeitlosigkeit zu erarbeiten mit diesem Film, dass sie also nicht in die Gegenwart kommen müssen, dass sie auch eben nicht mit den Herausforderungen des Lebens konfrontiert werden. Und das ist natürlich eine grundsätzliche Haltung, die wir haben, wenn wir Filme lieben. Wir wollen auch vieles von uns fernhalten. Also im positivsten Sinne ist das auch eine Flucht. Ich wollte immer auf Endo leben. Genau, es ist die Möglichkeit, was anderes zu leben oder die Zeit anzuhalten oder sich in eine andere zu begeben. Und das haben die Mädels da mit Dirty Dancing gemacht. Und ich saß immer dabei und habe mir das angeschaut und war sehr fasziniert davon und habe dann sehr viele Jahre später, also irgendwann endete das dann, sehr viele Jahre später wieder erst Dirty Dancing gesehen und dann ganz bewusst analytisch gesehen, weil ich eine Filmanalyse dazu machen wollte. Und dann habe ich plötzlich gesehen, das ist ja eigentlich ein Klassenkampf und so und das war mir dann vollkommen klar, dass man diesen Film auch hervorragend analysieren kann und dass er auch gut ist. Aber damals war das etwas ganz, ganz Eigenartiges. Und jetzt sage ich dir was, ich habe mir diesen Film nicht so oft wie du ansehen müssen oder angesehen, aber aus der gleichen, ich glaube Interessenlage würde ich jetzt mal sagen. Weil ich habe mir Dirty Dancing angesehen, als er bei uns in Wiesbaden in der 28. Woche im Kino lief. Der stand immer auf. Der stand nämlich... Diesen gelben. Ja genau. Da gab es nämlich oben noch diese schöne, weißt du hier, diese Setschrift so. Und bei uns haben sie halt wirklich über jeden Film immer geschrieben, in der wievielten Woche er noch gespielt wird. Und ich weiß noch, der war im größten Kino, im Arkaden-Kino in Wiesbaden, ja. War der immer noch. Weil normalerweise, die wandern ja irgendwann immer durch und werden dann durchgereicht und wenn der Film nicht mehr so von Interesse ist, dann verlässt er das größte Kino und dann macht er Platz für neuen Filmen. Nicht Dirty Dancing. Dirty Dancing war wirklich, und das war die 28. Der lebt danach noch eine ganze Zeit lang weiter. Und ich habe mir gedacht, weil ich wusste ja so, die meisten Filme sind vielleicht so sechs Wochen oder so, gerade im Arkaden, ja. Also gerade in dem größten Kino. Und da habe ich mir gedacht, ey, wenn dieser Scheißfilm jetzt 28 Wochen im größten Kino läuft, da muss irgendwas dran sein. Also wieso gucken sich diese Leute diesen Film so oft an, ja. Oder warum gucken Leute überhaupt so viel, also warum gehen da so viele Leute an? Hatst du nicht auch Geschwister? Nee, also zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dementsprechend, ja, bin ich dann in der 28. Woche in Dirty Dancing, weil ich wissen wollte, warum zur Hölle läuft der 28 Wochen lang. Und hast du begeistert? Ja, was heißt begeistert? Ich meine, ich kannte tatsächlich den Soundtrack. Der lief bei uns in der Schule, im Freundeskreis lief der rauf und runter. Also hier Baby, bla bla bla, oder Overlord oder keine Ahnung und She's Like the Wind. Und dann hast du natürlich auch nicht, durch Formel 1 und so weiter, konntest du dich natürlich nicht retten von Time of My Life so. Das hast du ja auch, sämtliche Radiosender haben es rauf und runter gespielt. Und daher kann ich das alles schon. Und ich muss sagen, ich fand's tatsächlich ein bisschen vertraut. Also, so was die da erzählen, das junge Mädchen, will mit dem Bad Boy zusammenkommen, die Eltern haben was dagegen, dann macht die Schwester aber irgendwie eine Dummheit oder beziehungsweise, dann ist sie dabei zu helfen und dann finden es die Eltern aber nicht gut und dann wird's aber trotzdem irgendwie, ja, später dann noch, wird erkannt, okay, das ist der einzig Richtige. Für mich kam das schon so vor, wie, weiß ich nicht, gefühlt zehn andere Filme, die ich zu diesem Zeitpunkt schon gesehen hatte. Also, meine Schwester ist dreieinhalb Jahre älter und ist sowas von auf Dirty Dancing abgegangen, ist nicht mehr normal gewesen. Sie ist in eine Tanzschule gegangen, die hat die Tanzschritte mit dem Nachbarsjungen, haben sie die Tanzschritte im Zimmer jeden Tag rund um die Uhr gemacht. Der Typ ist dann auch übrigens Tänzer geworden und hat deutsche Meisterschaften gewonnen, wegen Dirty Dancing. Also, wahnsinnig. Auch mit der Hebefigur? Naja, nicht mit meiner Schwester. Aber mit seiner Tanzpartnerin konnte der das tatsächlich. Und, ähm, Platte, die Original-Filmplatte lief rauf und runter und Dirty Dancing war, ähm, das war ihr Zurück in die Zukunft sozusagen. Also, das war so, es wurde einmal die Woche geguckt und Szenen nachgespielt, sich verkleidet wie Jennifer Grey. Und, ähm, meine Schwester hat es voll ins pubertierende Herz getroffen. Der kam raus, wann war das, 86? War das? 87, glaube ich. 86, 87 muss es gewesen sein. Das heißt, da war meine Schwester 13, glaube ich. Also, Volltreffer. Du kannst nicht mehr indoktriniert werden von Dirty Dancing als als 13-jähriges. 87. Ja, 87. 75 ist sie geboren. Also, 12, 13 ungefähr. Voll, Volltreffer. Und, äh, am Patrick Swayze-Poster im gesamten Zimmer. Auf der anderen Seite Tom Cruise-Poster von Cocktail. Wann kam der raus? Check-up Cocktail. Ähm, 86 kam der, glaube ich, oder? Das war, das waren die zwei Firmen, die ich mich erinnere, die, ähm, meine Schwester massiv abgefeiert hat. Cocktail fand ich aber auch super. Ähm, ja, aber es war natürlich auch dieses, ne, das ist im Prinzip die gleiche Story der Bad Boy hinter der Bar halt einfach. Und, ähm, diese verbotene Welt und... Ja, Top Gun mit Getränken war das, ne? Genau, das war mit Top Gun mit Getränken. Und, äh, das, also, das waren so die Filme, die dann meine Schwester irgendwie... 88, true. Äh, die mich dann entsprechend, ähm... Und bei Cocktail, da gibt's, glaube ich, irgendeine Szene, ich erinnere mich nicht, da schneidet sich irgendjemand die Pulsadern auf oder irgendjemand stirbt mit aufgeschnittenen Pulsadern oder liegt irgendwie in Scherben mit Blut oder so. Irgendwas passiert. Ich glaub, der... Der Brian Brown, der ehemalige... Genau, der Freund von ihm, genau, der bringt sich dann um oder so. Und das hab ich dann auch irgendwie mit zwölf oder so gesehen, hat mich komplett geschockt damals. Weiß ich noch. Aber dieses Wegschieben von der Realität und so weiter, das hab ich zum Beispiel bei einem Film ganz extrem, den hab ich nämlich mit zwölf oder dreizehn gesehen und das war 30 über Nacht. Da wird eine 13-Jährige am Tag ihres Geburtstages zu einer 30-Jährigen. Ich gucke den Film immer noch sehr regelmäßig und in zwei Jahren bin ich selber 30. Ist das der mit Jennifer Garner? Das ist der mit Jennifer Garner. Eigentlich eine klassische Körpertausch-Promödie so gesehen. Aber ich kann... Also, die Wahrnehmung des Films hat sich über die Jahre komplett verändert und ich glaube, es wird noch mal ein sehr, sehr großer Einschnitt, wenn ich den dann in zwei Jahren in etwas mehr als einem Jahr gucken werde. Bist den besser als Freaky Friday? Ja. Also, 30 über Nacht ist wirklich so einer meiner absoluten Herzfilme. Aber diese Körpertausch-Filme, die gibt's auch schon seit den 60ern, oder? Also, da gab's doch... Ich mein, okay, hier, Nutty Professor, also der jetzt mit Jerry Lewis, der verrückte Professor, kann man den schon so als was bezeichnen? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ja, tschuldigung. Nee, und es ist halt... Big. Ich weiß nicht, was ich in einem Jahr oder etwas mehr als einem Jahr mache, wenn ich dann nicht mehr die bin, die die 30-Jährige werden will, sondern ich bin dann quasi die 30-Jährige. Die die 13-Jährige. Ja, ja, genau. Vielleicht solltest du dich dann auf den Film 17 Again capricci an. Genau. Den ich wiederum... Nee. Ja, dann machen wir eine dicke, fette Party, Antje, und dann lassen wir den Film die ganze Zeit im Hintergrund laufen. Okay, find ich gut. Jetzt haben wir schon eine ganze Zeit lang geschwätzt. Mich würde tatsächlich mal interessieren, wisst ihr noch das erste Mal, dass ihr im Kino wart? Den ersten Film, den ihr wirklich in einem Lichtspielhaus gesehen habt? Da hab ich schon oft drüber nachgedacht. Ich bin mir nicht sicher. Es war entweder, meine ich, Bambi oder E.T. Aber... Das sind trotzdem zwei coole Filme. Bambi, aber es war in einem... Nicht als der rauskam natürlich. Das war ja ein bisschen früher. Kam ja raus. Aber der kam ja immer wie... Also der wurde aber auch... Es gab so Kindervorstellungen ja nochmal. Und da glaube ich, war ich in Bambi oder in irgendeinem anderen Kinderfilm-Klassiker, Zeichentrick-Klassiker. Kapp und Kappa. Aber es hat mich nicht so... Geprägt? Es hat mich offenbar nicht so geprägt. Also ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kann auch nicht sagen, ich hab dann auch geweint in Bambi. Was man ja immer dazu sagen muss. Aber ich glaube ich nicht. Und ich bin heute froh, dass ich so eine große Distanz zu solchen Disney-Werken einnehmen kann. Weißt du das noch? Ich glaube, meins ist mega uncool. Ich weiß aber immerhin noch die allererste DVD, die ich besessen habe. Ich sag trotzdem das Uncoole erstmal. Und zwar, es gibt doch... Das wissen wir ja jetzt erst recht. Es gibt doch manchmal diese wirklich für ganz, ganz kleine Kinder so Zeichentrick-Filme, wo manchmal, keine Ahnung, wo manchmal einfach nur Serienepisoden von einer Serie aneinandergereiht werden und dann verkauft man das als Kinofilm. Und ich glaube, es gab mal so eine Zeichentrick-Serie von Pipi Langstrumpf. Da wurden drei Folgen aneinandergereiht, dann kamen die ins Kino. Man hat gesagt, wir haben Pipi Langstrumpf-Zeichentrick. Ich glaube, es war so was ganz Furchtbares. Nicht so was Cooles wie E.T. oder Bambi. Das ist natürlich so. Meine Mutter behauptet, ich hab E.T. zum allerersten Mal im Kino gesehen. Das ist cool. Nee, und die allererste DVD, die ich besessen habe, ist ... 1982, oder? 1982. Und die allererste ... Vielleicht in Deutschland 83, oder? Die allererste DVD, die ich besessen habe, war aber der Simpsons-Film. Das müsste 2007 oder so gewesen sein. Ich hab nie Simpsons geguckt, war aber plötzlich der Meinung, ich müsste den Simpsons-Film gucken. Und dann hab ich den geschenkt bekommen. Meine erste DVD dürfte Pulp Fiction gewesen sein. Pulp Fiction oder Terminator 2? Ihr seid alle viel cooler. Also, eine meiner ersten ... Also, ich glaub, ich hab drei Stück direkt auf Anni bekommen. Das eine weiß ich, was war Matrix? Oh, das ist auch ... Das andere war, einer flog übers Kuckucksnest. Was weiß ich noch? Das waren nämlich diese Warner-Papp-Hüllen, die noch diesen Umklapper da haben. Und das war, glaub ich, noch ein Film. Ich glaub, es war Blade Runner. Das waren meine ersten drei DVDs. Aber da war es halt auch schon so, weißt du, das sind DVDs, aber da war ich schon so im Sammelfieber. Da hatte ich halt schon tausende VS-Kassetten. Ich weiß nicht, was meine ... Weißt du noch früher, Longplay? Ja, klar. Vier Filme auf eine VHS. Aber kannst du dann nicht mit einem Freund ausleihen, der nicht Longplay hat. Genau, du brauchst so einen Videorekorder, der Longplay hat. Dann kannst du nämlich halt aus deiner Vier-Stunden-Band-Kassette kannst du acht Stunden machen. Das heißt, es passen also vier ganze Filme auf deine VHS-Kassette. Man hat immer nur gesagt, es ist halt leider ein bisschen qualitativ. Muss man da ein paar Einbußungen hinnehmen. Ja, kann gut sein. Aber auf VHS-Kassette war jetzt eh alles scheißegal. Und ja, das war so auch unser Allheilmittel-Longplay. Also ich hab früher auch Filme noch auf Videokassette tatsächlich aufgenommen und mitgeschnitten. Aber davon hab ich noch nie was gehört. Nein? Nee. Ach, großartig. Ich hab wahrscheinlich auch so die letzten drei, vier Jahre der Videokassette wahrscheinlich noch mitbekommen und dann auf DVD gebrannt. Und was war dann jetzt nochmal ganz zum Schluss? Was war so ein, eine Sternstunde im Kino, wo man gesagt hat, ey, geiler Film oder geiles Erlebnis. Also das ist jetzt ein Moment, weshalb ich ins Kino gehe. Oder das war jetzt ein Film, weshalb ich ins Kino gehe. Das war eine richtig schöne Vorstellung. Oder es war irgendwie, der Film war so herausragend. oder der ganze Tag hat schon so gut gepasst und dann kommt am Ende noch der Film dazu oder irgendwie so was. Habt ihr da so was? Verschiedenes. Also hab ich, glaub ich, auch schon mal erzählt. Die Reise ins Ich an Weihnachten. Ja, das hast du schon. Hab ich schon mal erzählt, wo mein Vater uns parken musste, damit meine Mutter die Geschenke irgendwie ... Also wusste nicht, wohin ist mit uns in die Reise ins Ich gegangen. Ins Kino. Das war, weil das war halt einfach die Reise ins Ich und anschließend gibt's Bescherung. Also das war schon ... Hat den Film sicherlich dann auch nochmal ... Es kann auch gerne ein schreckliches Erlebnis sein, ne? Also nur so halt so einfach mal so ... Jurassic Park im Kino hat mich schon umgehauen damals. Das war so ein Ding, wo ich aus dem Kino gegangen bin und gedacht hab, okay, irgendwie hat sich was verändert. So irgendwie die Dinosaurier so zu sehen auf der großen Leinwand, das war irgendwie dann nochmal was anderes. Und Terminator 2 war bis heute, würd ich sagen, eines der besten Kinoerlebnisse, an die ich mich erinnern kann, wo ich rausgegangen bin und rundum glücklich war und gedacht hab, das ist Kino. Von Anfang bis Ende, was für eine Achterbahnfahrt, was für ein Entertainment, was für eine Unterhaltung. Ich glaub, zweieinhalb Stunden oder wie lange geht da? Komplett alles um einen rum vergessen. Das waren so Filme, die ... Und da kam auch dieses ... Also das ist auch für mich so ein Schlüsselerlebnis, das hab ich auch schon ein paar Mal erzählt. Weil du bist danach nochmal in die Stadt gegangen und hast dir noch was zu essen geholt. So bei McDonald's war dann so ein Anlaufpunkt. Das gehört alles dazu. Das gehört alles dazu. Insamterlebnis. Und du hast halt überall um dich rum die ganzen Leute gehört, die mit dir in der Vorstellung waren. Und alle nur Hasta la Vista, Baby. Und keine Ahnung und so. Zitate und Sprüche aus dem Film gebracht oder irgendwelche Sachen, Kampfsszenen nachgestellt oder sonst irgendwas. Das muss ich auch sagen, es war ein einschleidendes Erlebnis bei mir. Bei mir war es ... Jetzt kommt. Mein liebster Feind von Werner Herzog, der Film über Klaus Kinski. Und es war so, dass ich ja schon früh durch die Edgar-Wolles-Filme und dann auch durch so Italo-Western Kinski-Fan war. Mit 10, 11, 12 Jahren diese ganzen Sachen dann gesehen hatte. Und dann kam diese Doku raus. Ich hab das irgendwo dann vorgestellt, vielleicht bei Kulturzeit oder so im Fernsehen gesehen. Und ich hatte natürlich jetzt ein Problem. In Koblenz läuft ein solcher Film nicht und würde niemals laufen. Also wo war der Film überhaupt im Kino zu sehen? In Köln, aber ich war ja noch ein Kind. Ich konnte ja jetzt nicht ohne weiteres nach Köln. Also hab ich dann meinen Vater überredet, dass es auch für ihn hochinteressant sein wird, mit mir nach Köln zu fahren, dass wir uns dort die Doku über Klaus Kinski ansehen. Und das hat mein Vater dann auch gemacht. Und es war großartig. Wir waren dann nachmittags, das war eine Nachmittagsvorstellung, so gegen 3 Uhr, in einem Kino, das es jetzt in Köln nicht mehr gibt. Das war glaube ich auf der Ehrenstraße in Köln. Dort waren wir in dem Kino, haben uns diesen Film angesehen und ich weiß, dass ich den so intensiv mir angesehen habe, weil ich ja wusste, ich kann den jetzt nicht wiedersehen, nochmal morgen oder so, dass ich den wirklich fast gänzlich, so scheint mir zumindest, memoriert habe. Also ich konnte danach auch ganze Dialogstrecken von Herzog oder so wiedergeben, weil das eine sehr intensive Erfahrung war. Und das war auch etwas, womit ich dann aber auch konfrontiert wurde, mit dem neuen deutschen Film an sich. Also ich wusste natürlich, der hat diesen Fitzcarraldo gemacht, den hatte ich auch da mal gesehen. Aber sonst war Werner Herzog mir nicht ein Begriff. Ich ging als Kind nur, wo spielt Kinski mit, wo macht er wieder den Irren? Und dann habe ich aber dadurch gesehen, ach, der neue deutsche Film, was die da alles gemacht haben, das ist ja total irre. Und eigentlich sollte da ja auch Mick Jagger mitspielen, der ist dann ausgefallen und was da so alles erzählt wurde. Und plötzlich habe ich mich dann auch relativ früh mit dem neuen deutschen Film dann beschäftigt. Also vor allem mit Werner Herzog und Fassbinder. So, das kam dann. Aber das war durch diese Doku, die vor allem von Filmen auch dann erzählt hatte, ja wie Agir oder so, was ich damals noch gar nicht gesehen hatte. Und da bin ich sehr froh, dass mein Vater das mitgemacht hat. Und er fand es, glaube ich, auch nicht schlecht. Was wollt ihr? Ja, ich muss bei dieser Frage automatisch an den Film denken, bei dem ich das allererste Mal im Kino, oder nach dem Kinoerlebnis, das Gespür hatte oder das Verlangen hatte, den sofort noch mal zu sehen. Nämlich der allererste Film, den ich überhaupt mehr mal zum Kino gesehen habe. Und das ist The Great Gatsby. Ist noch gar nicht so lange her. Wobei, doch. Der wird die Caprio. Genau. Wobei, ich glaube, das ist von 2012 war durchaus mittlerweile auch schon ein paar Jährchen her. Aber ich war so gebannt von dem, von dem, ja, von dem Prunk und von der Musik vor allem und gar nicht so nebensächlich waren so Sachen, dass die Caprio dabei ist oder irgendwie die Geschichte war auch so nebensächlich. Es war einfach so, der Film, und ich bin kein großer Buzz Lerman-Fan, das habe ich dann im Nachhinein gemerkt, weil ich die ganzen anderen Filme alle furchtbar finde. Romeo und Julia? Das ist alles nicht so mein Ding. Aber das war wirklich zu 100 Prozent meins. Das hat mich total in seinen Bann gezogen. Und danach dachte ich so, ich muss den mindestens noch einmal sehen. Dann habe ich ihn, glaube ich, dreimal geguckt. Und das ist so ein Erlebnis, das mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist. Und der allererste Horrorfilm, den ich im Kino gesehen habe. Das war nämlich das Maniac-Remake. Oh. Und in dem Moment, nach fünf Minuten, als in Nahaufnahme dem Opfer, das Messer unten da reingerammt wird. Und man hat dann diesen fetten, roten Maniac-Schriftzug, da war ich wirklich drauf und dran rauszugehen. Und dachte, gut, ich bin da halt mit der Distanz rein. Das war eine PV damals, eine meiner ersten. Und ich bin mit der Distanz da rein, ja gut, ist ja Arbeit, dann ist es jetzt nicht gruselig, weil ich bin ja jetzt hier und muss das ja bewerten im Nachhinein. Nein, es war ganz, ganz schlimm in dem Moment. Mit Elijah Wood. Genau. Aber das war, ich dachte so gut, okay, im Nachhinein dachte ich, gut, jetzt habe ich den überstanden, jetzt kann ich mir alles angucken. Der ist ja auch nicht ohne. Nee, eben. Und bei einer Leinwand kann man nicht weg. Und ich habe zwar zu dem Zeitpunkt schon einige Horrorsachen zu Hause geguckt, aber ich bin dann halt damals noch jemand gewesen, ich habe dann vorgespult oder keine Ahnung, habe dann nebenbei was anderes gemacht, um nicht hin zu überhaupt Ton ausgemacht, solche Sachen. Und im Kino kann man ja aber nicht weg. Und dann sich direkt ein Maniac zu geben, ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja, da hatte ich bei, also da musste ich, den habe ich in der PV verpasst. Und da bin ich tatsächlich in Wiesbaden zusammen mit einem Kumpel ins Kino. Und den habe ich angerufen, habe gemeint, ey, ich möchte gerne, und das war so auch so das Ding, ich wollte eigentlich nicht allein ins Kino. Obwohl ich tatsächlich schon, und das ist so die Sache, als ihr das vorhin erzählt habt, ich musste anfangen, alleine ins Kino zu gehen. Ich hatte vorher immer die Gelegenheit, immer einen dabei zu haben. Egal, mit wem was für ein Film ansteht, da war immer irgendjemand, der wollte mitkommen. Bei From Dusk Till Dawn zum Beispiel, da war mir eine Riesengruppe, da waren mir 15 Leute oder so drin. Ich habe es halt geschafft, 15 Leute zu bewegen, in diesen Film reinzugehen. Und es hieß nur so, ja, was ist denn das? Ich so, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, am Anfang geht es um Gangster, und später geht es um Horror. Mehr wusste ich nicht. Und irgendwie sowas hatte ich aufgeschnappt. Dann waren wir alle in dem Film, und danach kamen sie alle an. Alter, geiler Film, geiler Film. Und trotzdem, erst spät kam ich in die Situation, dass ich allein ins Kino gehen muss. Das waren dann meine ersten Fantasy-Filmfest-Erfahrungen, weil da wollte keiner mitkommen. Dann bin ich dann allein nach Frankfurt ins Turmkino noch gefahren, oder hier in die, wie heißt das, Main-Taunus-Zentrum. Da war das dann auch mal. Und habe mir dann allein... Kinopolis. Kinopolis, genau. Und habe mir dann da alleine die Sachen angeguckt. Zum Beispiel Blair Witch. Habe ich komplett allein geguckt. Ja, habe ich auch im Kino gesehen. Das war auch ein krasser Moment. Der hat mich ganz schön mitgenommen. Der hat mich ganz schön... Der hat mich ganz schön... Der ging mir die Pumpe, ey, wenn das da an dem Zelt so rüttelt. So, wo ich gedacht habe, weil das war so nahbar, weißt du? Es war so, ey, du hast schon mit deinen Leuten, mit deinen Kumpels irgendwo draußen gezeltet. Du hast auf dem Rock am Ring irgendwo draußen gezeltet in der Wildnis und so. Und ja, plötzlich rüttelte einer in deinem Zelt. Und deswegen sag ich immer Hotel. Nie Campingplatz. Aber ich werde bei dem Film auch nie vergessen, das war so einer der ersten... Ich weiß nicht, es gibt ja diese oberflächlichen Jumpscares, dass man kurz zusammenzuckt und dann ist auch wieder gut. Aber es gibt auch so diese, die nach innen gehen. Und dass man sich so fühlt, als wäre man so in die Magengur getroffen. Und da war Blair Witch Project die allerletzte Aufnahme. Wenn der Groschen fällt und man versteht, warum der gerade in die Ecke guckt, das war so der erste Moment. Das war der Doppelschock. Erstmal war alles drumherum schon, diese Verlassenheit im Wald und kein Ausweg und es spitzt sich immer weiter zu und Schreie und Panik und diese Angst, die sich macht. Und dann macht's auch noch mal Klick und dann denkst du, oh fuck, jetzt hab ich gerade... Was ist denn? Da krieg ich schon Gänsehörig, wenn ich nur dran denke. Aber damals wirklich... Heutzutage schockt das wahrscheinlich niemand mehr. Aber damals, ey, war das für mich schon... Aber da muss ich gerade dran denken, das ist eine Geschichte, die hab ich noch nie erzählt, weil sie mir eigentlich ein bisschen peinlich ist. Aber ich hab damals Blair Witch Project bei meinem Zahnarzt geguckt. Weil ihr müsst euch vorstellen, mein Zahnarzt hatte einen Fernseher und weil da lange Wartezeiten herrschten und man wollte die jungen Leute ruhig stellen, lief da wahlweise Mr. Bean oder Dick und Doof. Ich weiß nicht, wie oft ich an dieser Stelle schon gesagt hab, dass ich beides hasse. Ich hatte aber die DVD von Blair Witch gerade aus der Bücherei dabei. Hab gesagt, können Sie bitte Blair Witch auf dem Bildschirm... Du hattest so lange gewartet, dass du den ganzen Film... Nicht den ganzen Film, aber ich hab dann tatsächlich gesagt, könnten wir bitte noch eine Weile warten. Ich würde den gerne bis zu Ende gucken, so ungefähr. Durfte ich nicht, aber das verbinde ich mit meiner ersten Sichtung von Blair Witch. Vielleicht rührt daher auch meine Antipathie gegenüber Mr. Bean und Dick und Doof. Ich weiß es nicht. Und wie ist jetzt dein Verhältnis zu Zahnärzten generell? Einfach... Es war von Anfang an nie gut. Wow, okay. Aber das ist ein cooler Zahnarzt. Seitdem denke ich, mein Zahnarzt ist eine Hexe. Kann man mal eine DVD einlegen. Kann man mal eine DVD einlegen. Ja, wie gesagt, und dann hab ich halt den Maniac musste ich dann in Wiesbaden gucken. So, da hab ich ihn angerufen, hab gemeint, hast du Bock? Und dann, wir saßen wirklich, wir saßen zu dritt im Kino. Ich glaub, außer uns beiden war noch einer da. Du warst froh, dass du ihn erwischt hast. Ja, ja, und ich war wirklich froh, ich fand den mich echt gut. Ich fand den mich echt gut. Jo, wollen wir Feuern machen? Ja, sonst reden wir noch 10 Stunden. Ja, genau. Aber es war doch mal ganz nett. Haben wir doch mal... Alle Filme, die ich hier im Kino erweite. Ich glaub, wir haben heute sehr viel Lust auf Kino gemacht. Ich freu mich, glaub ich, jetzt noch mehr, dass ich heute Abend den Scorsese im Kino sehen kann. Aber das freut mich, dann gibt's keinen Verriss und ich mag das nicht, wenn du Filme verreißt, die ich mag. Das fühl ich mich nicht mehr schlecht. Da lass ich mich ja nicht beeinflussen. Wenn ich jetzt heute einen... Ja, aber schön, wenn ich ein bisschen beeinflussen bin. Nein, nein, nein. Ich versuche natürlich, das meine persönliche Gefühlslage rauszuhalten. Auch bei einem Scorsese. Aber geh doch mal da ganz offen rein und denk dran, dass ich den... Naja, mein sehr mag. Meine Offenheit ist ja ohnehin, dass ich ein sehr großer Scorsese-Fan bin. Aber da ist auch das Potenzial für Enttäuschung natürlich. In der Tat. Ich guck einfach nachher bei Erwitz-Projekt. Also ein echter Scorsese. Und wir hätten so gerne, ich hätte auch noch so gerne heute über einen wilder Stier gesprochen. Auch, ja. Und ich hab extra Two-Lane-Blacktop nochmal geguckt. Den wir gar nicht hätten drangenommen. Ja, hab ich auch schon geguckt. Guter Film. Okay, in diesem Sinne. Wolfgang, ich hoffe, wir konnten dir zumindest... Das war schön, dass wir noch einen herrlichen Zeit vertreiben. Cool. Also das ist hoffentlich eine kleine Schädige. Aber wir holen das nach mit dem New Hollywood. Wir holen das mit dem New Hollywood auf jeden Fall nach. Wahrscheinlich kommt die Ausgabe, die wir hier gesendet haben, wahrscheinlich eh später, als das New Hollywood-Special. Man weiß. Danke, Antje, für die Inspiration und dass du auch nochmal dabei geblieben bist, nachdem wir schon eine Folge aufgezeichnet haben. Danke, Eddie, dass du trotz deiner Kondition nochmal durchgehalten hast. Und an euch, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, geht ins Kino. Bitte, bitte. Schaut Serien, schaut rb-tv und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rb-tv.to slash kino plus.